Dieses Video hier zeigt euch in voller Länge und zwar in mehr als anderthalb Stunden, aber weniger als zwei Stunden, wie man eine WordPress-Website baut und verkaufsfähig macht. Und zwar wie man eine WordPress-Website baut, die auch wirklich verkaufen kann und nicht nur eine Website, die einfach so als Visitenkarte da liegt. Ich gebe euch Tipps und viele Hinweise zum Thema Online-Marketing. Das ist das erste Video, das ich hier auf meinem Kanal seit zweieinhalb Jahren poste, wo auch wirklich noch mehr Online-Marketing-Tipps gleich mit dabei sind, während ich diese Website baue. Deswegen gehe ich auch manchmal vielleicht ein bisschen zu schnell dadurch, aber ihr könnt ja auf Stop machen und könnt euch anschauen, wie ich diese Website hier baue. Wir bauen sogar das Logo zusammen hier. Ihr seht also, wie man ein Logo entwickelt, das sich in das Corporate Design einpasst und das ist relativ zackig. Das Ganze dauert nicht mehr als zehn Minuten, dieses Logo hierfür zu entwickeln, sodass es sich ein bisschen eingliedert. Dann zeige ich euch, wie man auch so eine Kontaktseite hier baut und wie man beispielsweise hier das Logo einfach noch weiterverwendet, um das Ganze dann hier in der Google Map zu haben. Wie man beispielsweise seine Farben dann hier in der Google Map festlegt und wie man seine Kontaktdetails auf der Website dann hier so offenlegt. In einem weiteren Video, eine Version 2 hiervon, zeige ich euch dann, wie man zum Beispiel Tagging und Tracking macht. Wenn ich zum Beispiel hier auf diese E-Mail-Adresse klicke, dann kann ich das im Google Analytics sehen, dass jemand diese E-Mail geklickt hat. Das ist ein zweiter Teil dieses Videos. Ihr seht, im Google Analytics kriege ich als Website-Betreiber die Information, dass jemand auf diese E-Mail-Adresse geklickt hat und ich sehe, dass es einer ist von meinen aktuellen Seitenbesuchern. Ich kann also alles beobachten, was auf meiner Seite passiert. Ich kann auch sehen, wenn jemand das Kontaktformular ausfüllt. Dann kommt hier, Kontaktformular ausgefüllt. Ich möchte euch auf jeden Fall viele, viele werbvolle Tipps geben zum Thema Online-Marketing. Das Ganze ist nicht ganz billig hier. Es ist nicht ganz kostenlos. Das gebe ich zu. Was ich in dem Video hier zeige, ist leider nicht ganz kostenlos. Weil ich werde es euch so zeigen, wie wir das in unserer Agentur www.dieberater.de machen. Wir arbeiten beispielsweise nur mit einem kostenpflichtigen Theme. Zum Beispiel wir auch bei Die Berater würden uns im Leben nicht einfallen lassen, ein kostenloses Theme, also ein Design für WordPress zu verwenden. Und wir nehmen Impreza. Impreza kostet 59 Dollar plus Mehrwertsteuer, also irgendwas zwischen 60 und 70 Euro. Das muss man auf jeden Fall kaufen, damit man so eine schöne Website hat, die so klar und so freundlich wirkt. Die so klar und so freundlich wirkt. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch wichtig, dass ihr das gleiche Design habt. Denn dann kann man diesem Tutorial hier erst richtig folgen. Wenn ihr ein anderes Design nehmt, dann wird das etwas schwieriger. Wenn nicht fast unmöglich. Ich werde oft gefragt in meinen Videotutorials hier bei YouTube in den Kommentaren, wie teuer ist denn das, wenn ich jetzt alles hier mache? Ja, einmal die 60 bis 70 Euro hier für dieses Design und dann bezahlt man noch, je nachdem für wie viele Jahre man das Hosting kauft, bezahlt man was zwischen 50 und 150 Euro. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel beim Webhoster anmeldet, um seine Website hier zu installieren, dann bezahlt man auf jeden Fall mindestens 50 Euro, irgendwas um die 50 Euro, damit man für ein Jahr eine Website hosten kann. Weil das ist natürlich nicht kostenlos, denn diese Website muss natürlich auf irgendeinem Computer installiert sein, der von überall erreichbar ist. Lasst euch von diesen Kosten nicht abschrecken. Wenn ihr eure Website selber baut und ihr bezahlt 100 Euro zum Beispiel als Hosterkosten, dann ist das völlig in Ordnung, weil zum Beispiel eine Agentur nimmt ungefähr 100 Euro die Stunde. Das bedeutet, ihr könnt euch ausrechnen, wenn eine Agentur zum Beispiel hier ein paar Stunden eure Website baut und ein Logo designt, dann seid ihr schnell mal bei 3, 4, 5.000 Euro, wenn nicht sogar mehr. Wenn ihr also jetzt 100 Euro bezahlt und das tut euch weh, dann genießt lieber den Moment, in dem ihr sagt, ich habe meine Website selber gebaut. Und jetzt, bevor wir anfangen, will ich euch aber noch ein paar Beispiel-Websites zeigen, die zum Beispiel mit diesem Impresa-Design gebaut sind. Zum Beispiel habe ich ja früher auch die T-Jungle-Seite als erste Seite vorgebaut und ich war beeindruckt, wie viele coole Websites ihr nach diesem Tutorial gebaut habt, wo ich diese Seite hier vorgebaut habe. Ich möchte aber nicht immer nur Elemente anordnen und deswegen ist diese Seite, die ich heute baue, ein bisschen schlanker und nicht so ausgefeilt wie zum Beispiel der T-Jungle. Oder joggme.de habe ich euch vorgebaut. Das ist gerade mal sechs Monate her. Dennoch ändert sich immer wieder so viel und hier bin ich gar nicht auf Online-Marketing eingegangen, dass ich einfach mal ein bisschen was anderes machen wollte. Diese findet ihr sicherlich auch noch, wo ich die hier vorbaue. Und ja, sowas kann man alles mit Impresa bauen. Ihr seht also, man ist völlig frei. Wir haben auch Shops da mitgebaut mit WordPress. Zum Beispiel hat Jonas gerade meinen Geschäftspartner, telicious.de, mit Impresa und mit SiteGround gebaut. Also genauso, wie wir es ja heute machen. Er hostet hier einen Shop, zum Beispiel auch T-Kan, müsste er inzwischen hier auch verkaufen. Auf jeden Fall verkauft er T, wo man dann hier zum Beispiel die Größe wählen kann und so weiter, die Menge. Und dann kann man hier T bestellen bei ihm. Das hier hat er auch ganz schön gemacht. Man kann damit alles machen. Er hat hier eine Tech-Cloud, er hat hier ähnliche Produkte, alles Mögliche. Geht alles mit WordPress. Und das hier ist Impresa. Ich könnte hier auf Untersuchung gehen. Und dann sehe ich hier Networks, Sources, WP-Content, Themes, Impresa. Eine meiner Lieblingswebsites, die wir in Kooperation gebaut haben, die ist zum Beispiel theescaperoom.de. Die wurde auch mit Impresa gebaut. Und ich finde sie immer wieder sowas von einzigartig. Man sieht daran, dass man die Möglichkeiten, ja, dass sie endlos sind. Also das hier ist nicht nach einer Impresa-Vorlage gebaut. Das ist alles selber angepasst. Und das ist wirklich für mich das Beispiel, das absolut mehr geht mit Impresa. Hier ist sogar ein ganzes Buchungssystem mit drin. Wenn ihr mal in Hannover seid, macht mal so ein Escape Room. Ich glaube, das ist sogar ziemlich cool. Ich habe es leider selber noch nie gemacht. Aber hier seht ihr auf jeden Fall, es ist einiges möglich mit WordPress an Effekten und mit Impresa vor allen Dingen. Und vom Design her gibt es coole Seiten. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, okay, ich möchte es nicht so haben. Ich möchte es anders haben. Ich möchte es zum Beispiel wie die Beraterseite haben. Die zum Beispiel ist auch mit Impresa gebaut. Hier haben wir zum Beispiel auch unter Inhalte, Glossar, haben wir hier ein cooles Glossar gebaut und so weiter. Das ist mit einem anderen Plugin noch gebaut und so weiter. Alles viel cleaner als das. Aber das Design ist das gleiche. Und jeden Tag kommen Leute zu mir und sagen, ey Malte, ich habe nach deinem Tutorial mit Impresa eine Website gebaut. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wie gut diese Websites sind. Und das motiviert mich natürlich, weitere Tutorials zu machen, wo ich den Leuten zeige, so baut ihr Websites, die schick sind, wo alle Elemente aufeinander abgestimmt sind. Und das machen wir jetzt. Und jetzt legen wir los. Ihr wisst eure Kosten. Ihr wisst, was ihr in diesem Video hier sehen werdet. Klickt euch einfach durch. Wenn ihr nicht sehen wollt, wie man ein Logo designt und einfach weitermachen wollt, dann überklickt diese Stellen. Ich wünsche euch viel Spaß. In der Beschreibung hier unter dem Video ist auf jeden Fall die volle Agenda, was in diesem Video hier passieren wird. So, und als erstes wollen wir jetzt WordPress installieren auf einem Webhost. Ein Webhost ist sozusagen euer Platz im Internet, auf dem eure Website installiert ist. Das geht natürlich nicht auf eurem Computer, weil wenn ihr den ausschaltet, dann würde darauf ja keiner zugreifen können. So, und wir haben gute Erfahrungen mit SiteGround gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht ihr über cmsvideos.de slash SiteGround auf die Website von SiteGround. Weil wir nehmen keine Spenden oder so für diese Videos. Die einzige Unterstützung, die wir bekommen, ist sozusagen eine Provision, wenn wir SiteGround hier bewerben. So, ich gehe dann um mein Webpaket zu buchen kostenpflichtig, gehe ich auf Webhosting hier oben. So, und dann habe ich hier die Pläne Startup, Grobig und Gojik. Und ich kann euch nur empfehlen, mit dem kleinsten Plan anzufangen, weil man kann jederzeit SiteGround anschreiben, ob der Plan gewechselt werden kann. Und das kann man jederzeit aus der Verwaltungsoberfläche tun, das Wechseln. Und dann bezahlt man halt nochmal drauf, aber man bezahlt von Anfang an erstmal den wenigsten Preis. Die Unterschiede sind eigentlich, dass der Startup-Plan erstmal nur eine Domain hosten kann. Aber wenn man nur eine Domain braucht, also nur eine Internetseite hosten möchte, reicht das erstmal völlig aus. Weil man kann sogar relativ große Projekte damit hosten. Also, wenn ihr keine Ahnung habt von diesen technischen Sachen, die jetzt hier drunter stehen, nehmt den kleinsten Plan. Und ich nehme den zum Beispiel jetzt auch und ich buche den immer für drei Jahre, weil ich dann für drei Jahre diesen geringsten Preis hier bezahle. Das bedeutet, nach dem Ablauf der Periode, die man hier dann gleich wählen kann, bezahlt man dann den regulären Preis. Und deswegen buche ich persönlich zum Beispiel immer die höchste Periode, die ich da auswählen kann, weil dann habe ich nicht die Kopfschmerzen in einem Jahr, sondern jetzt nur einmalig und bezahle im Voraus meine Serverkosten hier. Und egal, wo man ist, man hat eigentlich immer ähnliche Kosten. 3,95 Euro ist schon sehr, sehr, sehr günstig. Es gibt viele vergleichbare Hosting-Anbieter, die nicht so guten Support hier haben und viel mehr Geld nehmen und dann zum Beispiel noch Upselling mit Support machen. Hier bei SiteGround hat man immer sehr guten Support und hat eigentlich Antworten innerhalb von 10 Minuten, wenn man Fragen hat. Also, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, müsst ihr einfach nur dem Support schreiben und bekommt immer Antworten. Und das ist eigentlich das, was mich dazu bewegt, immer wieder bei SiteGround zu hosten, weil ich da sehr kopfschmerzenfrei hoste. Okay, ich gehe dann hier auf Get Started und wähle den kleinsten Plan. Ich muss dann hier eine Domain wählen. Ich kann sagen Register a new domain, also ich möchte eine neue Domain registrieren oder dass ich schon eine Domain habe. I already have a domain. Ich sage, ich möchte eine Domain registrieren und gebe hier ein Beraterdemo.de. Okay, dann gehe ich auf Proceed und jetzt werde ich hier zur Bestellungsseite weitergeleitet. Ich gebe jetzt hier meine E-Mail-Adresse ein, tutorial-at-die-berater.de. Dann gebe ich hier ein Passwort ein, das ich selber wählen muss. Solche Passwörter generiere ich immer im OnePassword. Das ist auch mein Tipp für euch, dass ihr ein Passwort-Tool benutzt, weil ein Passwort sollte unglaublich sicher sein. Und ja, es ist wichtig, dass euer Webhosting gut geschützt ist. So, dann gebe ich hier alle meine Details ein. Ja, das dürft ihr auch ruhig sehen. Ich registriere die auch für mich selber als Einzelunternehmer, zum Beispiel nicht auf unserer Agentur. So, dann gebe ich hier im nächsten Feld meine Umsatzsteuer-ID an, also die VAT, Value Added Texas ID. Dann gebe ich hier meine Stadt ein, Dresden. Dann gebe ich hier Königsbrücker Straße ein. Wer in Dresden ist, kann uns gerne in unserer Agentur besuchen kommen. Zip-Code ist die Postleitzahl. Und jetzt gebe ich hier noch unsere Telefonnummer ein. Wer ein Angebot von uns haben will, kann uns gerne anrufen. So, Faxnummer ist auch super wichtig. Hier nehme ich einfach nochmal die Telefonnummer. Das ist ganz wichtig, weil das an die DENIC weitergereicht wird, wenn eine DE-Adresse registriert wird. Ganz wichtige Sache. Wie ich meine Kreditkarte ausfülle, das zeige ich euch jetzt lieber nicht. Ich gehe weiter hier runter. Ich wähle jetzt aus, dass ich 36 Monate hosten möchte. Bezahle dafür 142 Euro. Damit bin ich völlig einverstanden. Ihr könnt auch einfach erstmal 12 nehmen. Was ich nicht empfehlen würde, sind 12 Monate, weil danach bezahlt ihr den vollen Preis. Ich nehme immer 36 Monate, weil dann habe ich die Kosten für drei Jahre erstmal weg. Und das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Es gibt übrigens einen Trick, wie ihr auch mit Paypal bezahlen könnt. Ihr müsst jetzt einfach nach oben scrollen. Da steht Live Chat. Und dann müsst ihr einfach nur sagen, alles klar, beim Sales Service, I want to pay with Paypal. Und dann müsst ihr, dann fragen die euch, welche Domain habt ihr eben bei der Registrierung eingegeben. Dann gebt ihr eure Domain rüber und dann schicken die euch einen Link, wie ihr diese Zahlung hier abschließen könnt mit Paypal. Das ist ein kleiner Trick bei SiteGround. Die werden irgendwann vielleicht mal Paypal komplett noch einführen. Aber Paypal ist nicht deren erste Wahl, weil Paypal nimmt ja auch Gebühren für die Zahlung. Und deswegen ist denen Kreditkarte wahrscheinlich lieber. Aber ihr könntet mit Paypal bezahlen, wenn ihr jetzt nach oben scrollt und dann den Live Chat fragt. Ich drücke jetzt einfach mal auf Pay Now und kriege jetzt ganz kurz noch hier die Anzeige, dass ich meine Faxnummer noch korrigieren muss. Ich muss also nach 4.9 noch einen Punkt einfügen. Alles klar. Ich mache jetzt mal ganz kurz. Ich habe gerade die Kreditkartendetails überscrollt. Und dann klicke ich nochmal auf Pay Now. Und jetzt sieht es schon ein bisschen geschmeidiger aus. So, jetzt sehe ich, ich wurde hier erfolgreich weitergeleitet. Und ich sollte jetzt gleich in meinen E-Mail-Account gucken, ob ich hier meine Hosting-Details hergeschickt bekommen habe. So, meine Registrierung bei SiteGround ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. Und ich kann jetzt fröhlich anfangen, Websites zu bauen. Dafür gehe ich einfach mal auf mein E-Mail-Postfach und schaue mal, ob SiteGround mir alle Daten geschickt hat. Ich habe hier ein Sales Receipt. Das ist sozusagen die Rechnung. Und ich habe hier die Bestellbestätigung. Und zwar sehe ich, dass mein Username bei SiteGround jetzt hier dieser Username ist, also meine E-Mail-Adresse. Und ich habe ein Passwort. Das kann ich hier oben einfach unter Login eingeben. Ich brauche jetzt nochmal mein Passwort aus dem OnePassword. Das kopiere ich mir in die Zwischenablage. Und dann gebe ich hier ein Tutorial at dieberater.de und gebe das Passwort ein. Klicke auf Login. Ganz einfache Geschichte. So, und jetzt habe ich hier einen Account. Die ganzen Details zu meinem Server und die wichtigen Sachen, die finde ich hier unter My Accounts, also unter Meine Accounts. Ich kann da auch mehrere drunter verwalten. So, und hier habe ich eine gute Übersicht jetzt und kann jetzt hier auf meinem Server, den ich gebucht habe, WordPress installieren. So, und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir WordPress zusammen installieren. Und zwar gehe ich dafür hier auf das C-Panel-Symbol hier, diesen roten Button. Und ich könnte jetzt WordPress ganz einfach, wenn ich hier bei WordPress klicke, installieren auf einer Hauptdomain, also auf dieser Domain beraterdemo.de. Aber ich möchte das unter finanzen.beraterdemo.de installieren. Deswegen gehe ich auf Subdomains, denn immer wenn ein Punkt vor einer Domain ist und man dadurch die Website erreicht, dann nennt man das Subdomain, also S-U-B-Domain. So, und ich nenne das finanzen.beraterdemo.de. Okay, und jetzt gehe ich hier auf Create. Genau, dann gehe ich auf Zurück und dann gehe ich hier wieder auf das C-Panel-Symbol und kann jetzt unter dieser Subdomain die WordPress-Website installieren. Dafür gehe ich hier einfach auf WordPress, dann gehe ich hier auf Install und dann wähle ich hier immer HTTPS. Und was ganz wichtig ist, wenn ich WordPress nicht unter einer Subdomain installiere, zum Beispiel unter beraterdemo.de, dann würde ich auch www dazu wählen. Weil ich finde Websites schöner mit www davor, aber das ist eine niemals endende Diskussion, was schöner ist. Ohne www oder mit www. Ich finde mit www viel besser. Aber in diesem Moment, weil ich es nicht unter der Hauptdomain installiere, sondern unter einer Subdomain, wähle ich kein www, denn sonst wird das einfach alles zu lang. Und dann wähle ich finanzen.beraterdemo.de. Und das ist der Name meiner Website, zum Beispiel Finanzblog von Malte. So, und dann hier Finanzen, dann zum Beispiel Fintech für Finanztechnologien und Spartipps. Genau. So, dann sage ich, der Benutzername hier ist Malte und dieses Passwort, das speichere ich mir gleich mal gut ab. Das trage ich mir also gleich mal bei mir in mein Passwort-Tool ein. Und jetzt geht es weiter. Jetzt sage ich hier, dass meine E-Mail-Adresse zum Beispiel tutorial.deberater.de ist. Dann gehe ich auf Sprache und hier wähle ich Deutsch aus, also German. Und dann gehe ich hier auf Installieren. Alles andere ist erstmal so völlig in Ordnung. Was ich vielleicht noch machen könnte, ist, dass ich Advanced Options klicke. Aber hier ist auch schon ein eigener Tabellenpräfix gewählt, der individuell ist. Das ist ganz gut gegen WordPress Hacks. Und deswegen ist das alles so okay und ich gehe auf Installieren. Es kann sein, dass nach der Installation, wenn ihr hier klickt, dass euer WordPress noch gar nicht erreichbar ist, weil eure Domain noch nicht richtig registriert ist. Dafür gehe ich immer auf dnschecker.org. Dann gebe ich die Domain ein, die ich gekauft habe. Zum Beispiel beraterdemo.de und dann gehe ich hier auf Search. Und dann sehe ich, ob die Domain schon überall auf der Welt registriert ist. Und wenn ich einen Haken bei Europa habe, dann sollte eigentlich alles funktionieren. Hier zum Beispiel ist das Ganze noch nicht angekommen. Deswegen ist hier noch ein X. Aber ich sollte jetzt hier, und die Seite ist auch erreichbar, nur ist sie noch nicht sicher erreichbar, ich sollte hier also jetzt schon darauf zugreifen können. Bei euch kann es aber sein, dass ihr noch warten müsst, bis überall auf der Welt eure Domain registriert ist. So, ich gehe jetzt mal zurück auf My Accounts und muss jetzt ein SSL-Zertifikat kaufen, damit ich jetzt diesen Datenschutzfehler hier bereinige. Deswegen gehe ich hier wieder auf Go to C-Panel. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir kaufen direkt ein SSL-Zertifikat und das ist auch übrigens ein Google-Ranking-Signal. Das machen wir hier über Let's Encrypt und hier wähle ich dann die Domain aus, zum Beispiel finanzen.beraterdemo.de und dann gehe ich auf Install. So, wenn die Domain jetzt zu jung ist, dann geht das nämlich auch noch nicht. Dann würde jetzt Let's Encrypt sagen, okay, diese Domain gibt es noch gar nicht. So, ich habe eben mal kurz Stop gemacht. Ich will euch nicht mit Ungereimtheiten nerven. Da hat es abgebrochen, aber jetzt bin ich einfach nochmal auf Install gegangen und danach hat es direkt funktioniert. Vorher war das nämlich noch nicht hier eingetragen, jetzt ist es hier eingetragen. Also jetzt sollte es wunderbar funktionieren, wenn ich jetzt auf meine Seite gehe und dann hier Refresh drücke. Dann habe ich hier auch die HTTPS-Verbindung. Wenn ich hier aufs Schloss gehe, dann sehe ich hier unter Details, dass die Seite hier sicher verschlüsselt ist. Und es wurden sogar schon Seiten abgemahnt, die nicht verschlüsselt sind und wo zum Beispiel Kontaktformulare abgesendet werden über die Seite. Weil, stellt euch vor, ihr sitzt im Starbucks und irgendwer füllt sozusagen das Kontaktformular dieser Seite hier aus. Dann könnte jeder, der im Starbucks sitzt und in der gleichen Internetverbindung mit drin ist sozusagen, der könnte dann mitlesen. Das ist HTTPS, ja. Also es ist eine nicht zu unterschätzen wichtige Sache. Ich kann mich jetzt hier auf WordPress anmelden, indem ich wp-admin eingebe und dann kann ich hier Malte eingeben und das Passwort, das ich mir eben eingetragen habe in mein Passwort-Volt hier von OnePassword, das habe ich ja eben beim WordPress installieren, muss ich das festlegen. So, und jetzt habe ich hier das WordPress-Backend. Das nennt man das WordPress-Backend. Hier kann ich zum Beispiel unter Design Menüs, kann ich hier Menüs anlegen für meine WordPress-Website. Hier kann ich neue Designs installieren, hier kann ich Erweiterungen für WordPress installieren, hier kann ich Kommentare managen, ich kann Seiten hinzufügen zu meiner WordPress-Installation, ich kann Medien zur Mediathek hinzufügen, ich kann Blog-Beiträge hinzufügen. Dieses Beiträge sind Blogs, also sozusagen Seiten, wo auch Metadaten dranstehen. Metadaten ist zum Beispiel Autor, Veröffentlichungsdatum und so weiter. Und ich kann die dann sammeln auf einer Seite, die nennt sich dann Blog. Das heißt, immer wenn ich was hinzufüge zum Blog, dann erstelle ich einen neuen Beitrag. Kann den kategorisieren, kann zum Beispiel Tags, also Schlagwörter hinzufügen. Und hier unten sind noch ein paar wichtige Sachen. Ich kann Benutzer hinzufügen. Zum Beispiel kann ich zu meiner WordPress-Website Autoren hinzufügen, die einfach nur Beiträge herstellen können. Ich kann aber zum Beispiel auch Administratoren hier hinzufügen, neue, damit ich zum Beispiel euch einen Admin-Zugang geben könnte. Und dann könntet ihr es kaputt machen, hier das WordPress. Oder ihr könntet was installieren, zum Beispiel ein Plugin, das kann zum Beispiel ein Admin. Dann kann ich unter Werkzeuge hier zum Beispiel Daten importieren und exportieren und ich kann weitere Werkzeuge hier installieren, sozusagen. Ich kann mir unter Plugins zum Beispiel Sicherungs-Plugins installieren. Dann kann ich unter Werkzeuge immer zum Beispiel Sicherungen anlegen und so weiter. So, und dann habe ich noch Einstellungen, die sind auch sehr wichtig. Hier kann ich zum Beispiel mal auf Allgemein gehen. Dann kann ich sagen, alles klar, hier wer sich registrieren kann, wann die Woche beginnt. Ich kann hier auf Schreiben gehen, das sind die Untereinstellungen hier. Da kann ich sagen, zum Beispiel, ja, was kann ich hier machen? Ich kann sagen, Standard-Beitragsformat und so, das sind alles eher langweilige Sachen hier. Das interessiert nicht so, aber unter Lesen gibt es was Wichtiges. Und zwar, wenn eure Website im Aufbau ist, dann muss man das hier unbedingt aktivieren. Suchmaschinen davon abhalten, dass die Website indexiert wird. Weil zum Beispiel, wenn ihr eine Website bei Sitebound indexiert, dann habt ihr hier zum Beispiel auch leere Inhalte oder Inhalte, die gar nicht nach eurer Website aussehen. Und zwar zum Beispiel sowas hier, WordPress Resources at Siteground. Wenn Google jetzt morgen kommt und eure halbfertige Seite sieht und sieht sowas hier, dann sagt Google, was seid ihr? Seid ihr Siteground oder wer seid ihr eigentlich? Oder wenn ihr gar nichts da habt, dann denkt Google, oh, das ist ja langweilig. Und dann hat man einfach ein schlechtes Bild bei Google. Und deswegen sollte man definitiv erstmal hier zurückgehen zu Einstellungen, zu Lesen und dann das hier anklingen. Wenn ihr dann online gehen wollt und wollt, dass jemand eure Seite bei Google findet, dann klickt ihr das hier weg. Ihr könnt übrigens schön überprüfen, indem ihr Site-Doppelpunkt eingibt, ob eure Seite bei Google schon indexiert ist. Zum Beispiel ist die Berater indexiert. Hier ist alles voll von unserer Seite. Und wenn ich Site-Doppelpunkt-Berater-Demo.de eingebe, dann kommt gar nichts. Also wunderbar. Und auch wenn ich Site-Doppelpunkt-Finanzen.Berater-Demo eingebe, dann kommt gar nichts. So, jetzt habt ihr erstmal ein paar wichtige Einstellungen hier gesehen. Was auch sehr wichtig ist hier, Permalinks noch. Das ist ganz wichtig, das ist nämlich eure Linkstruktur. Die ist nämlich sehr langweilig aufgebaut. Wenn ich jetzt eine Seite erstelle und ich gehe hier auf Erstellen und ich sage, das ist mein Impressum. So, und ich gehe auf Veröffentlichen. Jetzt seht ihr schon, wie man sich ein Impressum anlegen kann. Und ich gehe auf Seite Ansehen hier. Also ich gehe mal hier drauf und klicke gleichzeitig Command übrigens. Oder ich gehe hier drauf und sage in einem neuen Tab öffnen. Aber wenn man Command oder Steuerung auf Windows drückt, öffnet sich das in einem neuen Fenster. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen schneller. So, und hier sehe ich jetzt, jetzt habe ich ein Impressum angelegt. Und was jetzt interessant ist, dass dieser Link hier so ist. Das sieht natürlich blöd aus bei Google. Stellt euch mal vor, ich würde hier die Berater eingeben. Und dann würde da Fragezeichen ist gleich stehen, statt Projekte. Dann wüsste ja gar keiner, was ich mit Fragezeichen ist gleich 154 meine. Oder in diesem Fall 5. Das ist sehr nichts aussagend. Und deswegen gehe ich immer auf Einstellungen und sage dann Beispielbeitrag. Wenn ich jetzt auf Änderungen übernehmen klicke, dann komme ich zum Impressum zurück. Lade einfach mal diese Seite hier neu. Kann ich auch hier oben machen. So, und dann steht hier Impressum. Wunderbar. So, jetzt komme ich nochmal ganz kurz hier zum Style der Seite. Ganz wichtige Geschichte. Wir benutzen bei uns selbst in der Agentur nur noch Impressa als Theme. Ihr könnt ja mal bei uns einfach vorbeigucken. www.dieberater.de Wir haben hier viele Projekte. Wir sind jetzt gerade noch momentan am Eintragen von Projekten unter unseren Projekten hier. Wir haben viele Websites gebaut. Früher haben wir auch B-Theme Websites gebaut. Inzwischen benutzen wir nur noch Impressa. Wenn ich zum Beispiel das hier nehme, ist mit Impressa gebaut die Website. Diese Website hier ist mit Impressa gebaut. Ihr könnt hier drauf gehen, dann könnt ihr die Website auch aufmachen. Diese Website ist mit Impressa gebaut. Die Website ist mit Impressa gebaut. Das ist zum Beispiel mal eine ganz gute Vorzeige-Website auch. Wir haben viel immer mit unseren Kunden auch selber zu tun. Ihr könnt witzigerweise immer Bilder sehen. Das hier ist der Maxi, der herumsurft. Hier im Video könnt ihr mich auch finden. Könnt ihr mal gucken. Das bin auch ich hier rechts mit dem Surfbrett. Genau. Und das ist hier so eine Seite von uns. Gebrandet auch von uns. Das ist ein Partner von uns hier der Stadtwelle. Aber auch so wie starmazing.com ist auch mit Impressa gebaut. Die .com-Seite inzwischen ist ein Shop-System. Daran sieht man sofort alles klar. Man kann auch Shops bauen. Hier sieht man auch wieder, wie doll wir mit unseren Auftraggebern zusammenarbeiten. Hier rechts sieht man mich im Bild. Das Bild hier, das ist die Jenny, die arbeitet auch bei uns in der Agentur mit unter die Berater. Genau. Und jo, hier sieht man, das ist alles mit Impressa gebaut. Und es gibt aber auch kostenlose Themes. Das will ich euch nicht vorenthalten. Das ist so, sonst kriege ich, sage ich mal hier am Ende Hater-Kommentare. Wenn ich nicht sage, es gibt ja auch andere Themes, die sicherlich gut sind. Aber wir haben die Erfahrung einfach gemacht. Und ich habe oft Telefongespräche, einfach weil wir ja den YouTube-Kanal haben. Wir haben viele Anrufe und viele Anfragen. Wir haben oft Telefongespräche wegen anderer Themes. Und dann sagen die, ja, wir haben auch ein super gutes Theme. Und ich vergleiche die dann immer. Jetzt hatten wir auch gerade wieder einen anderen Kunden noch. Der hat eine Website gebaut. Und die Website lädt aber viel zu lange. Es sieht zwar alles ganz gut aus. Das heißt irgendwie Parallax, das ganze Design. Und ich sehe aber immer wieder, dass keins auch vor allen Dingen von den kostenlosen Designs irgendwie mithalten kann. Wir können das ja mal ausprobieren ganz kurz. Ich gehe mal hier auf Installieren. Und es dauert dann ein paar Sekunden, genau. Und dann muss ich noch Aktivieren klicken. Und dann hätte ich jetzt ein neues Design hier installiert und aktiviert. Wenn ich jetzt hier auf Design gehe, dann sehe ich hier, das ist gerade aktiviert. Wenn ich jetzt auf mein Frontend gehe, wenn ich auf das Haus gehe, dann bin ich in meinem Frontend. So sieht das Ganze jetzt gerade aus, ja. Dann sehe ich hier, okay, das ist jetzt ein neues Theme hier und ich muss das ja alles jetzt hier einrichten. Und dann hier mit dem Weiß, das sieht schon in Ordnung aus. Also wenn ich jetzt ganz kleine Anforderungen habe, dann könnte das erstmal reichen für mich, ja. Aber dann sind die ganz klein. Wenn ich jetzt aber wirklich eine Hammer-Website bauen will, und das ist eigentlich immer so ja auch unser Ziel, ja. Wir wollen nicht eine 0815-Website dahin tun, dann nehmen wir immer Impreza. Und Impreza muss man kaufen, kostet manchmal nur 39 Dollar, das ist selten so. Manchmal kostet es 59 Dollar, also der Preis kann variieren. Ihr müsst aber einfach hier Impreza eingeben. Oder ihr geht, weil es gibt mehrere davon, auf cmsvideos.de slash Impreza. Dann findet ihr es direkt und dann unterstützt ihr uns auch wieder. Oder ihr gebt da einfach Impreza ein, wenn ihr uns nicht unterstützen wollt. Genau. So, jetzt sieht man, das kostet 59 Dollar und man muss aber am Ende auch noch Mehrwertsteuer mit drauf rechnen. Ihr könnt euch nochmal ein paar Demos angucken hier. Hier sind auch Demos und ich werde später diese eine Demo hier, leider wechseln die Bilder jetzt immer hier durch, diese One-Page-Demo installieren, weil es soll clean aussehen, nach Finanzen. Es soll, genau, ganz schön aussehen. Es gibt mehrere Seiten, die wir damit schon gebaut haben, so in dem Style. Zum Beispiel auch Consades haben wir mit der Vorlage gebaut. Consades.com müsste das sein. Dann die Stamazing-Seite, da haben wir auch, und man sieht ja, man kann das dann sehr individuell gestalten. Also hier sieht es sehr individuell aus. Auf Stamazing sah es aber auch sehr individuell aus. Man kann hier mit der One-Page-Demo sehr viel machen und das ist mir sehr wichtig. Und ihr müsst das Ganze kaufen. Ihr geht dann auf Add to Cart oder Kaufen, müsstet ihr hier finden. Und dann gehe ich hier auf Go to Checkout. Und ich muss mich jetzt hier anmelden, weil ich habe schon so ein Account. Ihr müsstet euch jetzt ein Account machen. So, ich gebe mal meine Account-Details hier ein. Mein Passwort noch. Dann gehe ich auf Sign in to your account. Und dann gehe ich hier auf Envato Credit. Und ich nehme jetzt Credit. Ihr könnt aber auch Paypal nehmen, ja. Ich nehme Envato Credit. Gehe auf Checkout with Credit. Und jetzt wird das, eine neue Lizenz wird jetzt meinem Account hinzugefügt. Ihr seht, dass ich viele Impreza-Lizenzen hier kaufe. Viel Geld von den Affiliate-Einnahmen, die ich hier auf Envato mache, geht für Impreza drauf. Ihr seht das hier. Und ich kann Impreza dann hier runterladen. Also man braucht für jede Website, die man baut, ja. Brauche ich eine neue Version. Ja, auch für so eine Demoseite, die ich hier vorbaue. Damit ich die aktivieren kann. Das hört sich jetzt erstmal teuer an, aber so ein Webprojekt sollte einem ja auch ein bisschen Geld rumbringen. So, ich gehe hier auf All Files and Documentation. Also ich bin hier auf Alles runterladen gegangen und kann das dann gleich entpacken. So, ich öffne mal meinen Downloads-Ordner. Ihr seht, ich musste hier gerade Spotify updaten. Habe ich geschafft. So, jetzt gehe ich hier auf ThemeForest und entpacke das. Hier sind jetzt im Product, sind hier zwei ZIP-Dateien drin. So, einmal Impreza und einmal Impreza Child. Wir wollen beides installieren. Ich gehe hier einfach mal zurück auf Seite bearbeiten. Ich kann mal alles hier schließen, damit wir nicht verwirrt sind. Das lasse ich mal vorsichtshalber noch auf. Die Demo kann ich auch zu machen. Dann gehe ich jetzt zurück in mein Backend. Das nennt man ja Backend. Solltet ihr jetzt hier sein und ihr habt vergessen, wie ihr zurückkommt ins Backend, entweder hier oben klicken oder neu anmelden auf wp-admin. So, dann gehe ich auf Design, Themes, hinzufügen. Dann gehe ich auf Theme hochladen, jetzt auswählen. So, und dann gehe ich wieder auf dieses Product hier, das ich entpackt habe und wähle erst mal Impreza aus. Und dann gehe ich auf jetzt installieren. Das geht schön schnell hier links, da brauche ich nicht mal Stop machen. So, jetzt dauert es noch ein paar Sekunden und dann gehe ich auf Aktivieren. So, aber jetzt wollen wir noch das Child-Theme. Das hätte ich eigentlich im Grunde genommen, streng genommen, gerade gar nicht aktivieren müssen. Ich gehe nochmal auf Design, weil ich muss dann das Child-Theme aktivieren. Child-Theme ist so ein bisschen wie so eine Hülle. Das Child-Theme lädt das Haupt-Theme, also dieses hier. Und das ist das Child-Theme, also sozusagen Parent und Child, Kind und Elternteil. Das Elternteil wird geladen von dem Kind. Und das Kind ist sozusagen wie so eine Hülle drumherum, ja. Das ist ganz schlank, das Child-Theme, das updatet man aber nicht. Und alle Änderungen, die man dem Design hinzufügt, also zum Beispiel Code-Änderungen, wenn ich jetzt irgendwas programmieren will, hier unter Editor-Design, wenn ich hier irgendwas programmiere, dann mache ich das hier rein, zum Beispiel H2 von Size, also die Schriftgröße der H2 soll 50 Pixel sein, ja. Wenn ich das hier jetzt reinprogrammiere, dann wird das nicht upgedatet. Wenn ich jetzt dieses Impreza hier, dieses Design hier update, dann wird dieser Code hier, das wird alles ausgetauscht. Und diese Änderung hier im Impreza Child, das hier, was ich hier mit dazu getan habe, das hier, das style.css, das ist eine CSS-Datei, da sind sozusagen die Styles definiert, wie groß zum Beispiel eine Überschrift sein soll hier, ja. Diese Änderungen, die gehen nicht verloren, die gehen nicht kaputt. Und deswegen nimmt man so ein Child-Theme. Ganz kurze Erklärung mal. So, ich gehe jetzt hier wieder rüber und gehe auf Impresa und dann gehe ich auf Add-ons. Ich will erst Add-ons hinzufügen und dann gehe ich auf Demo-Import. Erstmal möchte ich den Visual Composer haben. Ich nehme nie wieder Slider. Ich kann nur ganz kurz einen Satz zu Slidern sagen. Slider werden von Unternehmen benutzt, die kein Key-Visual haben. Das sieht man auch in vielen SEO-Büchern und Zeitschriften, dass Slider nicht mehr State-of-the-Art sind. Ich würde keinen Slider benutzen. Ich würde andere Visuals benutzen, um sozusagen mein Produkt zu verkaufen. Ich selber, wir benutzen keine Slider mehr. Ich werde sicherlich die nächsten Jahre keine Revolution-Slider-Tutorials mehr bei YouTube hochladen. Weil es auch die Ladezeit verlangsamt und die Leute gucken sich keine Slider an. Tun sie einfach nicht. So, jetzt gehen wir mal hier auf Impresa aktivieren, damit wir wenigstens noch diese Code-Light-Widgets, die wir da eben gesehen haben, damit wir die auch noch installieren können. Ich gehe also mal hier auf Approve. Ja, das funktioniert jetzt, weil ich hier Themeforest im gleichen Browser offen habe mit meinem User-Account. Der holt sich dann über die API, über die Anbindung zu Themeforest, holt er sich gerade meine Benutzerdaten. Und jetzt sieht er, ich habe eine Impresa-Lizenz gekauft und kann mein Theme hier aktivieren. Wunderbar. So, jetzt ist alles aktiv. Jetzt kann ich nochmal zur Add-on-Seite gehen. Jetzt kann ich hier auch diesen Header-Bilder zum Beispiel installieren. Der Header-Bilder ist richtig klasse. Den gucken wir uns gleich an. Und wenn der installiert ist, dann wollen wir auch noch die Ultimate-Add-ons heißen. Okay, so. Der Header-Bilder, da werfen wir jetzt mal ganz kurz einen Blick drauf, bevor wir hier weiter durchgehen, weil eigentlich müssen wir uns erstmal dann noch, sag ich mal, den Header importieren. Aber das ist auch so ein Ding, warum dieses Design hier oft besser abschneidet als andere Designs. Das haben andere Designs einfach nicht. Wenn ich hier auf Themeoptionen gehe, so, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich hier den Header-Bilder sehen. Und hier kann ich mir zum Beispiel Header-Templates importieren. Und das ist ein klasse Ding von Absolution. Ich kann einfach sagen, ich möchte diesen Header importieren, dann sieht er so aus, ich kann den so importieren, dann habe ich links den Header und so weiter. Ich kann sogar in meinen Header, könnte ich sagen, okay, ich will auch noch das ganz oben, die Top-Area haben, zeige Bereich, kann auf Plus drücken, kann mir ein Bild hinzufügen, kann mir Text hinzufügen, ganz einfachen Text, einfacher Text. Ja, nur als Beispiel jetzt ganz kurz, aber das ist eine Riesenstärke dieses Designs. Kann auf Custom HTML gehen, kann einfach sagen, okay, hey, Ahrefs ist gleich Impressum. Ja, wer ein bisschen HTML kann, der weiß, wie stark auch HTML sozusagen ist. Ihr müsst es nicht unbedingt können, dann könnt ihr es anders machen. Dann könntet ihr zum Beispiel hier auf Text gehen und könntet sagen, der Link soll zum Beispiel Slash Impressum sein. Das ist ein relativer Link, der ist relativ zu finanzen.berater.de und dann wird Slash dran gehängt Impressum. Dann muss ich nicht die Domäne mal davor schreiben. Ich gehe auf Änderungen, ich gehe auf Speichern und ich könnte sozusagen mit dem HTML irgendwelche Icons noch oben einfügen. Ihr seht jetzt, ich habe hier diesen Link Impressum hineingemacht und ich habe hier auch noch einen Link. Die werden anders dargestellt, weil der ist mit HTML und der ist halt mit dem Heller-Bilder gemacht. Und ihr seht jetzt, alles klar, ich habe das jetzt hier so auf meinem normalen Monitor. Ich könnte jetzt aber auch einfach hier rüber gehen und sagen, auf zum Beispiel, das wurde falsch übersetzt, auf Tablets möchte ich den nicht angezeigt haben oder möchte ich angezeigt haben. Ich kann also für Tablets ganz individuell entscheiden. Wenn ich das hier jetzt drüben offen habe, dann sehe ich alles klar. Ich lade nochmal neu, weil das war ja in dem Tab. Jetzt habe ich es offen. Wenn ich jetzt mal kleiner werde, dann müsstet ihr sehen, ab dem Tablet-Moment, also hier ab 866 Pixel Breite, das kommt, weil ich hier so ein Plugin installiert habe, deswegen sehe ich das. Man kann aber auch im Chrome auf Untersuchen gehen. Dann kann ich übrigens auch, hier oben rechts, müsste das gleich angezeigt werden, kann ich auch die Screenbreite sehen. Kleiner Tipp. Wenn ich jetzt hier breiter werde, dann kommt das wieder. Wenn ich schmaler werde, dann ist das die Tablet-Auflösung, dann ist der wieder weg. So, jetzt gehe ich mal hier drauf, damit sich das wieder hier der Bildschirmgröße anpasst, von euch sozusagen, vom Tutorial. Das habe ich mir extra hier installiert. Das ist dieser Window Resizer für Chrome. So. Ihr seht also, das ist eine ganz starke Sache hier. Ich kann jetzt wieder auf Standard gehen, ich kann es auch für Smartphones hier noch alles anpassen und ich sage jetzt wieder, die Top-Area soll nicht gezeigt werden. So, ich kann hier zum Beispiel so drüber gehen, aber das sieht man jetzt leider nicht so gut und dann sehe ich auch gehighlighted, welcher Bereich das ist. Wenn ich jetzt einen großen Monitor hätte, würdet ihr es sehen. So. Das ist ein großer Monitor hier, aber fürs Tutorial hier kann ich nicht so eine große Auflösung nehmen. Das ist das Ding. So. Ich möchte jetzt eine Sache machen und zwar möchte ich, dass das hier nicht so langweilig aussieht. Ich möchte hier rüber auf Impresa gehen und ich möchte auf Demo-Import gehen und ich möchte mir dann jetzt diesen One-Pager installieren. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn ich einen Shop bauen möchte, dann kann ich mir diese Minimal Shop-Demo installieren und so weiter. Wir haben auch schon Shops damit gebaut, zum Beispiel haben wir handydogonline.de haben wir damit gemacht. Stamazing.com ist ein Shop. Also, und Handydog rankt super gut auch für so Keywords wie zum Beispiel Handy-Reparatur und so. Hier kann man wunderbar sein Handy reparieren lassen, zum Beispiel iPhone-Display-Reparatur in den Warenkorb, kann Fragen stellen und so weiter. Das haben wir durch ein Dritt-Plugin realisiert und so weiter. Aber man sieht, man kann auf jeden Fall klasse Shops auch damit bauen. Wir nehmen nur das Impresa-Theme. Ich sag's nochmal. Also, wir haben früher auch das B-Theme benutzt und so weiter, aber auch bei uns in der Agentur, wir wollen uns alle nur mit einem Theme auskennen und deswegen nehmen wir alle nur eins und man kann mit Impresa jeden Style darstellen, was man will einfach. So, ich nehme One-Page-Demo und ich lasse hier alles geklickt und gehe auf Import. Jetzt dauert es ein paar Sekunden und dann sieht meine Website schon wirklich so aus wie in dieser Demo. Kein Witz. Zack. Das, was ihr da eben kurz gesehen habt, ist übrigens der Spinner. Den kann ich direkt wieder überschreiben in den Theme-Optionen, wenn er mir nicht gefällt. Gehe ich hier auf Grundeinstellungen und dann sage ich, zeige benutzerdefinierte Bilder, benutzerdefiniertes Bild und jetzt könnte ich mir zum Beispiel selber irgendwas hochladen. Da würde man halt eigentlich vielleicht zum Beispiel sein Logo nehmen, wenn man was individuelles will. Man kann natürlich sein Logo zum Beispiel auf fiverr.com bauen lassen. Wenn ihr uns wieder unterstützen wollt, könnt ihr übrigens cmsvideos.de slash fiverr nehmen. Ist nett, das kriegen wir immer so 10 Dollar oder so, wenn sich irgendwer hier anmeldet und auch 10 Dollar hier lässt bei der Plattform. Da kann man sich natürlich Dumping-Logos holen. Ansonsten, wenn ihr eine Agentur bezahlen wollt, fragt natürlich die Agentur eurer Wahl. Wir haben zum Beispiel auch unser eigenes Logo hier gemacht. Wir pflegen jetzt bald hier auch nochmal unter Leistungen, Corporate Design, kommt hier noch Logos mit dazu. Haben wir leider noch nicht geschafft. Aber wir haben auch schon so, ich denke so 200 Logos haben wir bestimmt schon gemacht oder so. So im Laufe der letzten paar Jahre. Genau, aber da haben wir natürlich einiges an Erfahrung und machen deswegen natürlich auch Corporate Designs komplett und so. Gut, auf jeden Fall muss man so ein Logo im Illustrator bauen. Wenn ihr, wie gesagt, keinen habt dafür, dann gibt es auch Logo-Generatoren. Wenn ihr keinen Illustrator selber habt, dann müsst ihr halt eventuell wen bezahlen. Ich muss es mal ein bisschen größer schieben hier, damit ich das überhaupt sehen kann. Klappen wir mal aus, damit man das dann sehen kann. So und dann machen wir mal so Logo-Dimensionen. Generell sind so Logo-Dimensionen immer so 80 Pixel Höhe und irgendwie so ein bisschen Widescreen. Das kann sehr variieren. Zum Beispiel genau 200 Pixel breite, 80 Pixel Höhe. Das ist ganz gut. So und dann ziehe ich mal ein Textfeld hier auf und nenne das Finanzguru. Jetzt habe ich hier gerade die falsche Schrift gewählt. Ich klicke mal ein bisschen nach unten. Beziehungsweise ich lösche das nochmal. Gehe drauf. Nimm mal erstmal eine Schrift, die wir alle kennen. Calibri Finanzguru. Und dann zeige ich euch aber mal, wie man zum Beispiel bei Google Fonts einfach schnell eine Schrift kriegt, die einem so ein bisschen gefällt. Google Fonts hat gerade sein Layout verändert. Ich komme noch nicht ganz mit klar. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich das eingeben soll, was ich angezeigt haben möchte. Ich gebe mal Finanzguru ein. Das, ja, Applite Euphons, genau. Jetzt kann ich sagen, ich möchte nur Serifenschriften haben. Hier. Zack. So. Was finde ich schön? Oh ja. Kinzel. Sage Plus. Alles klar. Jetzt muss ich wieder gucken, wo ich hin muss. Wie gesagt, ich habe noch nicht so eine Routine. Die haben wir gerade vor ein paar Wochen und haben die das hier alles geändert. Ich komme noch nicht ganz mit klar. Ich habe jetzt hier was runtergeladen. Kinzel Bold und Kinzel Regular. Ich mache einen Doppelklick. Gehe auf Installieren. Wie das auf Windows geht, kann ich euch nicht so genau sagen. Wird aber auch irgendwie funktionieren. Ich muss jetzt das hier noch anwählen und Markierte installieren. So. Kinzel Regular. Kann ich mir auch so ein Ding hier öffnen. Kann sagen, alles klar. Eventuell war das auch gerade schon drauf, ne? Hab ich gerade gesehen. Naja. Manchmal liest man sich sowas nicht durch, ne? Kinzel. Kinzel Bold. Das ist ein bisschen zu doll, ne? So. Dann muss ich hier Bold nochmal abwählen. Kinzel Regular. Ja, ist schön. So. Jetzt, sag ich mal so, 45 Pixel ist zu groß. 30. So. Dafür ist das Textfeld hier jetzt noch zu klein. Finanzgros. So. Und was richtig hässlich ist, ist übrigens schwarz. Schwarz auf weiß. Ist richtig, richtig eklig. Wenn ich hier eine schöne Farbe haben will für meine Website, dann gehe ich mal hier auf meinen Finanzblog. Jetzt suche ich mir mal eine Hauptfarbe aus. Und wenn man jetzt ganz schnell so ein Corporate Design finden will, dann ist es ganz schön, wenn man irgendwie seine Farben schon im Design irgendwie annähert, ja? Was auch eine Hilfe sein könnte, ist, dass ich hier auf diese Impresa-Seite gehe. Dass ich hier auf die, auf den Live-Preview gehe. Und dann kann ich hier, wenn ich auf View-Demos gehe, so, das habe ich vorhin gesehen, dann kann sich zum Beispiel auch das Restaurant-Ding hier importieren. Dann habe ich hier links Choose Color Theme. Dann habe ich hier zum Beispiel Fresh Mint. Und dann finde ich eventuell schöne Farben, die irgendwie passen. So. Zum Beispiel habe ich jetzt hier dieses Mint Grün. So. Ich finde Blau schöner. Deswegen gehe ich mal auf White Blue. Für Finanzen gerade. Finde ich White, äh, finde ich White Blau. Könnte besser passen. Stylish Ciano. Ah. Mal gucken. Für Finanzplanung so irgendwas in Richtung Rot könnte auch in Ordnung sein. Ah, heute machen wir mal was Rotes, ne? Dann mache ich hier einen Rechtsklick drauf, gehe auf Untersuchen. Und dann kann ich hier alle Elemente untersuchen. Und irgendwie, wenn ich dann auf dem richtigen Element bin, dann müsste ich hier rechts in dieser Leiste sehe ich dann, welche Farbe das gerade ist. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Es gibt auch ein Browser Plugin. Dann kann man hier oben rechts, das heißt Color Ziller, dann kann ich da oben rechts die Farbe entdecken. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich gehe mal nur auf Background Color. Ich filter das mal vor. Das kommt jetzt, weil das dieser blöde Slider Revolution wieder ist, ne? Da seht ihr schon hier, das ist eine Menge Code. Deswegen nehmen wir keinen Slider mehr. Jetzt habe ich endlich hier das Rot und ich möchte jetzt irgendwie sowas in die Richtung von diesem Rot hier haben. Ich kann mir vorstellen, ja, das sieht ein bisschen komisch aus mit diesem Rot jetzt hier. Vielleicht, damit das nicht so aggressiv wirkt, machen wir das mal ein bisschen kleiner. Ich kann auch so runterklicken, genau. das soll ja eigentlich nur so ein Minimal Viable Product Logo sein, ja? Nur damit es für einen Moment mal richtig klasse ist. Stroke machen wir auch noch. Zack. Ich kann den Stroke natürlich jetzt in einer anderen Farbe machen, damit es jetzt nicht so rotlastig ist, aber auf gar keinen Fall in schwarz. Da lieb man ein schönes Grau, ja? Ja, so ungefähr. Hm, der ist ein bisschen dick. Okay, ein Pixel ist in Ordnung. Lass mal hier auf 100% gehen, um das dann anzugucken. Ist alles ein bisschen zu klein, ne? Vor allen Dingen, dieses Finanzguru müsste schon noch größer sein. Ich mache das erstmal so groß. Dann gehe ich hier drauf. Und dann mache ich das nochmal ein bisschen größer. So. Wahrscheinlich muss ich auch noch ein bisschen breiter hier machen. So. Ich könnte das jetzt auch mal hier als Outlines machen, damit ich da nicht die ganze Zeit so rumdingsten muss. Ist auch nervig. Genau. So, kommt das vom Verhältnis irgendwie schon besser hin. So, jetzt vielleicht noch irgendwelche Spielereien mit reinbringen, weil das Guru, das setzt sich irgendwie noch nicht so schön ab. So. Das ist ja jetzt hier im Verhältnis viel zu klein, dieser Pfad, ne? So. Das ist ein Pixelbreiter jetzt. So. Das ist eine Punktbreite, kein Pixel. Deswegen mache ich das schon nochmal ein bisschen dicker. Genau. Jetzt muss man genau finden, wann das gut aussieht, wann das irgendwie metrisch in Ordnung aussieht und zur Schriftgröße passt. Jo, und jetzt, was man nicht machen darf, ist zum Beispiel auf Flat-Icon gehen und sich hier irgendwelche Icons klauen. Zum Beispiel Money. Darf ich mir eigentlich nicht einfach irgendwie Geld klauen oder so. Was ich machen könnte, ist, dass ich mir hier auch irgendwie ein Dreieck hinmache. Polygon-Tool. Ich wette, wenn ich hier irgendwie nach unten klicke, dann kann ich auch ein Dreieck machen. Genau. Dass ich dann jetzt irgendwie so ein Dreieck mache. Genau. Zack. Zack. Das sieht jetzt auch noch überhaupt nicht gut aus, das Dreieck. Das würde ich eher gefüllt machen in dem Fall. Eventuell auch in dieser Farbe. Ich habe die Farbe hier noch schön in der Zwischenablage, glücklicherweise. Und dann mache ich hier ein weißes Euro-Zeichen rein und diesen blöden Rahmen, den mache ich weg. Ja. Vielleicht eventuell kommt das auch weg. Jo. Weg mit damit. So. Ich mache jetzt mal ein Euro-Zeichen. Ich benutze eine englische Tastatur, deswegen ist das mit dem Euro-Zeichen jetzt nicht so klasse. Ich gehe mal oben auf meine Tastaturübersicht. Das ist ja bei Mac sehr geil. So etwas hat man ja bei Windows immer nicht. Dann drücke ich mal hier, dann suche ich jetzt mal das Euro-Zeichen. Ich glaube, wenn ich hier bestimmte Tasten drücke, dann finde ich das Euro-Zeichen. Wenn man übrigens solche Sachen, ich meine, das darf ich jetzt benutzen, ja. Wenn mir das Euro-Zeichen zu wenig ist, dann kann ich natürlich auch vom Euro-Zeichen die Schriftart verändern, ja. Damit das dicker, größer, passender zum Design ist. ausgehöhlt. Gibt alles, ne? Je nachdem, in welcher Schrift. Selbst da könnte ich jetzt zu Google-Fonts gehen. So zum Beispiel könnte es eher verspielt aussehen. Gefällt mir jetzt nicht. Logos ist eh so eine Sache. Manchmal sitzt man an einem Endprodukt und sagt, boah, das ist klasse. Und ihr guckt mir jetzt vielleicht hier beim Design zu und sagt, Malte, was für ein hässliches Logo. Und wenn ich aber morgen wiederkomme, dann denke ich mir auch, was für ein hässliches Logo. Also manchmal muss man sich ein Logo öfter, oder eigentlich ist es immer so, muss man sich das öfter hintereinander angucken und irgendwann sagt man so, ja, top, jetzt ist gut. Also iterativ muss man bei Logos immer arbeiten. Und deswegen kosten Logos auch viel Geld. So, Farbe trägt ja auch immer was zur Wirkung mit bei. Ich nehme mal jetzt kein krasses Weiß, obwohl sehr weiß ist, ist schon sehr geil. Das ist aber schon, ja. Zur Schriftwirkung trägt ein Logo viel bei. Auf jeden Fall. Deswegen sollte man, nee, was wollte ich sagen? Entschuldigung. Zur Schriftwirkung trägt die Farbe auch was bei. Zum Beispiel weiß sieht das jetzt gerade hier viel besser aus als in Schwarz eben. Und dann kann man auch viel besser die Farbe wählen. So, da kann ich zum Beispiel mal ranzoomen um so ein bisschen zu gucken, okay, ich kann mir auch mal einen Ruler anmachen hier. Das soll ja kein Illustrator-Tutorial sein. Ihr sollt einfach mal sehen, okay, worauf muss man bei einem Logo so achten. Clean, Proportionen müssen schön sein. Da kann man ein bisschen rumspielen. Man hat sehr viel Freiheitsgrad, dass man sagt, okay, es könnte so, es könnte so, es könnte so sein. Zum Beispiel könnte ich jetzt das Euro damit auf eine Linie bringen. Deswegen mache ich mir dann hier nochmal eine Linie. Das sieht zum Beispiel gar nicht so gut aus. Das sieht sehr gut aus, wenn es frei hängend ist. So. So. Und jetzt zum Beispiel drei Minuten später hier. Hilfslinien kann ich mir auch ausblenden. Drei Minuten später gefällt mir zum Beispiel das gar nicht mehr so gut, wenn da kein Rahmen drum ist. Auch sehr witzig. So. Finanzguru. Oh. Vielleicht das dann so die Dicke vom Guru, obwohl das ja eine Variable Dicke ist. Alles klar. So sieht es für mich schon so ein bisschen ein bisschen schick aus. So. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Dass ein Logo, und das macht ein Logo-Designer auch, dass ein Logo sich auf eine WordPress-Seite auch einfügt. Deswegen baue ich ein Logo so, ja. Ich habe das dann da, ja. Und so würde ich das dem Kunden auch zuschicken, und so machen das alle bei uns in der Agentur, dass ich hier hingehe und ich blende zum Beispiel mal mein Logo aus. Ja. Moment. Display ist, ja, doch, ist gut. Okay. Zack. Machen wir hier einen Screenshot. Zack. Ist natürlich jetzt schade, weil ich nicht meinen ganzen iMac hier ausnutzen kann, weil ich das Tutorial mache. Von der Größe her. Deswegen muss das alles immer schön klein sein, weil sonst ist das zu euch, wenn ihr dieses Tutorial hier beispielsweise auf einem, wenn ihr das auf einem Tablet zum Beispiel gerade guckt. Ja. Dann wäre das viel zu groß, wenn ich die iMac-Proportionen nehme. So, guckt mal her. Das zum Beispiel sieht gar nicht gut aus. im Verhältnis zu beispielsweise der Schrift und so. Ich kann das hier in der Ebene jetzt runter machen. Zack. Aber das ist für mich auch so ein bisschen ab und zu WordPress-Design. Deswegen kommt das auch mit hier ins Video mit rein. Also, es ist, trägt für mich viel zu einer Website mit zu. Ja, dass das Logo sich richtig genial integriert. Und deswegen mache ich die ganze Sache hier auch in so einem WordPress-Tutorial mit. Ja. So. Ich kann jetzt leider nicht mehr, das war Kinsey, die Schrift bearbeiten. Finanz Guru. Deswegen muss ich es nochmal schreiben. Kinsey Bold. Kinsey Bold. Ich muss dann wahrscheinlich auch hier eine Bold-Schrift nehmen, ja. Das ist ganz wichtig für meine Überschriften. Aber wenn ich in den Überschriften einen Bold-Font habe, dann kann ich sehr schlecht in meinem Logo einen Regular-Font nehmen. Dann sieht das nämlich doof aus. Deswegen sollte man heutzutage natürlich wirklich immer die Website mit im Blick behalten, wie es aussieht. So, das sieht natürlich immer noch doof aus. jetzt habe ich leider diese die Farbe nicht mehr in der Zwischenablage. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz hier drauf. Ich könnte es auch ausprobieren, wie es jetzt so aussieht, wenn ich einfach mal ein bisschen grau mache. Das kann auch cooler aussehen. Ah, ein bisschen zuhau. Finanzgur. Jetzt müsste man gucken, wie das mit dem Aua zusammen aussieht, ja? So. Nee. Hm. Hm. Es könnte auch sein, dass ich jetzt dann irgendwann sage, okay, die Schrift ist doch suboptimal, ja? Aber was ich jetzt machen kann, ist, dass ich mir hier mal einen Rahmen umziehe und das einfach mal auf die Seite mit hochlade. Ich gehe mal sehr scharf hier an die Kanten dran. So. Zack. Und dann kopiere ich mir das hier noch so rüber. Und dann möchte ich das Ganze nochmal invertieren. Damit ich das Ganze auch nochmal für einen transparenten Heller habe. So. Das ist jetzt sozusagen ungefähr mein invertiertes Logo. Ich gehe mal auf Speichern. Ich gehe mal oben rechts auf fürs Web speichern. Ich gehe da immer auf Export, müsste das sein. Genau, auf Export und dann fürs Web. Und jetzt speichere ich das mal mit einer Breite von 250. Das könnte noch ein bisschen wenig sein. Ich nehme mal Höhe, Höhe nehme ich mal 50. Dann gehe ich auf Speichern und ein Logo mit wenig Farben speichert man als PNG. So, ich gehe nochmal hier auf Speichern. Ich mache es nochmal langsam. Jetzt speichere ich das hier. Ich war eben da drin, deswegen hat er das Rechte gespeichert. Jetzt gehe ich mal hier rüber, dann speichert er das. Deswegen gehe ich nochmal hier auf Save for Web. Dann gehe ich hier auf 50 Pixel Höhe. Ich achte darauf, dass das PNG ist. Dann gehe ich auf Save. Dann gehe ich auf Downloads. Genau, dann nehme ich Logo normal, weil das andere war jetzt das invertierte Logo. So, und jetzt kann ich hier links oben ein Logo reintun. So, das Logo war jetzt aber erstmal für den Preloader. Wenn ich jetzt neue lade, dann kommt kurz Finanzguru. Das kann ich natürlich jetzt hier oben links auch schnell reinmachen. Deswegen gehe ich mal hier auf Header-Bild her, lösche das hier, gehe auf Bild, gehe auf Benutze-Bild, wähle dieses Bild und sage, dass ich im transparenten Header aber das invertierte Logo haben möchte. Genau. Größe, sag ich mal, Höhe 50. Erstmal gucke ich es mir auf dem normalen hier an. Und hier auch Höhe 50. Gehe auf Speichern und gucke mir jetzt mal meinen Finanzblock an. Finanzguru. Jetzt habe ich hier den invertierten Header. Sieht ziemlich komisch aus, sieht nicht gut aus mit dem Euro. Und hier habe ich den. So, passt natürlich noch überhaupt nicht mit den Farben, aber die Auflösung, seht ihr, das stimmt schon einigermaßen, da habe ich euch nichts vorgegaukelt, dass das mit der 50 Pixel Höhe in Ordnung ist. Sollte auch nicht zu groß sein, damit das nicht so viel Dateigröße in Anspruch nimmt. Aber man kann natürlich häufig nicht das normale Logo hier drauf nehmen, deswegen speichert man das einfach nochmal invertiert ab. Aber das invertierte sieht jetzt ziemlich blöd aus, da kann man natürlich noch ein bisschen optimieren. Eventuell sieht es gut aus, wenn ich dann hier das hier auch wieder rot mache und ich mache nur die Schrift irgendwie. Ja, ich kann es nochmal ausprobieren. So, 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 zack, 50 Pixel Höhe, auf sowas muss man achten, save, Logo, invertiert, so, jetzt gehe ich hier drauf und sage Veränderung und lade das, ziehe das nochmal hier rein. Das habe ich hier abgespeichert unter Downloads, gehe hier drauf, speicher ab, lade neu, ja, besser, nicht perfekt, aber besser. Was wollt ihr erwarten? Ich habe es live vorgebaut. So, jetzt möchte ich diese Farben hier auf meine Logo-Farbe anpassen. Das ist ja wohl klar und das deswegen gehe ich mal hier auf Styling, Header Colors und wähle dann diese Logo-Farbe hier, dieses Rot. Sehr ähnlich zu unserem Berater-Logo-Rot, witzigerweise. Unser Berater-Logo-Rot ist F 0 52 56 und das ist ja 49 46. Da wird es keinen großen Unterschied geben. Habe ich mir zwar nicht hier geklaut, aber es gibt immer so die Standard gut aussehenden Farben. Da gehören wir auch mit zu. Ich ersetze jetzt hier übrigens alle Farben, weil ich will, dass meine Seite komplett konsistent aussieht. Also wenn ich jetzt irgendwas hier orange lasse, dann ist klar, dann passt das irgendwie nicht zueinander. Deswegen wird natürlich jedes orange ausgetauscht und jetzt habe ich hier überall dieses Rot und kein Orange mehr und es passt auch irgendwie zueinander. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Das ist, was viele nicht so beachten, dass sie da irgendwie eine konsistente Farbe auswählen und die sich dann auch irgendwie im Logo wiederfindet. Hiermit bin ich jetzt schon mal einigermaßen einverstanden. Ich bin kein Fan von Slidern und ich bin auch kein Fan von Videoheadern. Überhaupt nicht. Guckt sich kein Mensch an, sieht immer relativ verpixelt aus und so weiter. Ich gehe also oben auf Seite bearbeiten und bin dann direkt auf der Startseite. Die Startseite ist übrigens hier festgelegt über diesen Customizer. Da bekomme ich hier eine Seitenleiste und kann ganz viele schöne Sachen für meinen Blog oder für meine Website individualisieren. Ich habe hier statische Startseite und kann sagen, das ist die Home-Seite. Ich kann also eine auswählen, eine Seite von den vielen Seiten, die ich hier im Backend, ich klicke hier auch manchmal drauf, um hier zu diesem Backend-Bereich sagt man zu kommen. Und hier habe ich viele Seiten angelegt, die wurden jetzt eben importiert, zum Beispiel auch das Impressum, das habe ich selber angelegt und das und das wurden importiert. Und eine von diesen dreien könnte ich jetzt auswählen. Ich kann auch eine neue Seite erstellen und die kann ich dann als Startseite setzen. Kein Problem. Möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte jetzt diese Seite, diese bearbeiten, auf der ich jetzt gerade bin. Das ist ganz witzig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Impressum gerade bin, darüber könnte ich jetzt über den Link hingehen, dann könnte ich hier drücken, hier oben auf Seite bearbeiten und dann würde ich das Impressum bearbeiten. Ganz logisch. Dann muss ich es nicht immer unter Seiten raussuchen. Wenn ich auf der Home-Seite bin, jetzt bin ich auf der Home-Seite, kann ich hier drauf gehen und bearbeite die Home-Seite. Ganz einfach. So, und dann habe ich hier diesen Visual Composer. Hier muss ich nur auf Backend-Eddie-Doc gehen und dann kann ich hier oben in diesem Bereich, guck mal, hier steht ja Project und About Us, kann ich bearbeiten. Ich gehe mal hier auf in einem neuen Tab öffnen, also rechtsklick und dann sehe ich, dieses Project About Us, das ist ja hier in so einer Zeile, in so einer großen, ja. Und die ist direkt unter dem Menü, weil hier rechts gesetzt ist, dass diese Seite transparent ist, transparent auf dieser Seite. Wenn ich hier auf Default gehe und aktualisiere, dann wird es blöd aussehen, weil dann haben wir kein Video mehr hier dahinter. Okay, es sieht immer noch okay aus, aber es ist nicht mehr dahinter. Das ist der Transparenzeffekt. Zack. Ich wähle wieder transparent. Dann gehe ich mal hier, das ist ja diese Zeile. Das ist, das ist alles der Inhalt hier von, von diesem, von dieser Zeile, ja. Plus Menü, weil wir das da rechts gewählt haben. Wenn ich also hier draufgehe, bearbeite ich das im grauen Bereich, also das, wenn ich auch hier im grauen Bereich klicke und ziehe, was da drin ist und wie das sozusagen umfasst ist. Also dieser Stift hier bringt mich zu diesen Zeilen-Settings, ja, von dieser ersten großen Zeile. Wenn ich hier runter scrolle, dann sehe ich, ich habe hier kein Hintergrundbild gewählt. Ich gehe mal auf Design-Einstellungen, ich gehe auf Background, ich gehe auf Effect, ich finde hier noch nichts. Ich gehe mal hier drauf, ich finde hier auch nichts. Da müssen wir jetzt mal ganz genau gucken. Ah, ich habe falsch geklickt. Also, bin ich witzig. Hier, das ist die erste Zeile. Hier muss ich natürlich auf den Stift klicken. Ich gehe hier runter, ich sehe hier, hier habe ich ein Hintergrundbild. Es wird wahrscheinlich geladen, achtet mal drauf, bevor das Video geladen wird. Ah, sieht man nicht, weil das Video schon vorgeladen ist. Man könnte einen Trick versuchen und die Dateien aus dem Cache wieder rausholen. Ich gehe mal auf Network, das selbe Cache, lade neu und jetzt muss das Video auch neu geladen werden. Ja gut, jetzt hat man eben ganz kurz wahrscheinlich dieses Ding. Ihr könntet mal das Video auf Stop gehen, ganz kurz dieses Hintergrundbild gesehen und dann wird dieses Hintergrundvideo hier geladen. Da muss man eine MP4 hier hochladen. Ich will das nicht. Ich will ein Hintergrundbild, verdammt. Okay, ich gehe also mal hier drauf und ich gehe auf Unsplash und hier wähle ich Finanzen. Wir machen übrigens auch selber Bilder. Also wir haben jemanden, der ist auch auf Unsplash, das ist der Igor Mieske. Der arbeitet mit uns, mit den Beratern zusammen. Ihr seht das daran, dass wir hier schöne Bilder haben, zum Beispiel so ein Bild hier und wenn ihr auf www.dieberater.de geht, dann haben wir Igors Bilder hier, weil Igor mit uns zusammen hier in Dresden arbeitet. Wenn ihr hier auf Projekte, nee, auf Leistung, Corporate Identity, nee, Moment, das habe nicht ich gebaut hier, deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt. Das zum Beispiel hat der Igor gemacht, und so Produktfotografie. Wenn man hier drauf geht, dann seht ihr das. Wir machen also auch solche Sachen. Das hat der Igor gemacht. Igor hat auch eine Plattform zuckerlosleben.de. Aber der Igor arbeitet mit uns zusammen und macht auch solche Sachen hier und so. Hier seht ihr nochmal Zuckerlosleben. Genau. Jo, und deswegen, wenn ihr irgendwie Produktfotos braucht, wir reisen für euch an. Wir machen richtig fette Produktfotos. Wir wollen ja jetzt aber nichts machen mit Igor. Wir wollen Finanzen machen. Das war jetzt Schleichwerbung für uns. Wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen. Finanzen finde ich hier nicht, weil unsplash.com ist eine englische Seite. Hier bekommt man Bilder unter der Creative Common Zero Lizenz. Man braucht also keine Attribution da lassen, man braucht keinen Quellverweis setzen. Ich nehme mal, was heißt Hochhaus? Äh, Dings. Hochhaus ist ein Dings Tower. Ist das ein Skyscraper oder irgendwie sowas? Skyscraper. Irgendwie sowas mal eingeben. Sowas passt ja immer ganz gut zu Finanzen, ne? Hier sowas. Schönes, warmes Blau mit dem Rot zusammen. Ob das gut aussieht? Ich gehe mal auf Downloads. Das Bild wird jetzt extrem groß runtergeladen. Ich will jetzt nicht schon wieder Photoshop oder irgendwie sowas aufmachen. Ich gehe deswegen mal auf die Seite und gehe dann hier auf X, auf Plus und dann lade ich das hoch. Aber ich muss darauf achten, ihr werdet das gleich sehen, dass diese Datei erstmal keinen wirklich guten SEO-Namen hat. Dateiname ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ist eigentlich auch schon relativ wichtig für Suchmaschinenoptimierung. Ich gehe aber auch mal auf Datei bearbeiten, weil die ist jetzt echt Megabyte groß und skaliere die runter auf 1200. Das ist ein WordPress-Bug, der zieht sich durch die WordPress-Version durch, durch die WordPress-Version und der geht mir immer wieder ein bisschen auf den Geist. Ich kann das jetzt erstmal nicht skalieren. Ich muss irgendwie mich hier durchklicken, nochmal auf Bild bearbeiten gehen. Jetzt gehe ich nochmal hier auf 1200. Dieses N-A-N, not a number. Jetzt ist es weg, komischerweise. Ich muss also irgendwie nochmal aktualisieren, dann muss ich nochmal reingehen, dann geht's, mach den Weg, den ich gerade gegangen bin, dann habe ich 1200 mal das, dann habe ich 65 Kilobyte für dieses Bild und nicht mehr 1 Megabyte für dieses Bild. Ja, 1200 Pixel ist eine gute Breite für so ein Bild, das man als Hintergrund hat. Joa, jetzt habe ich die Seite noch nicht gespeichert. Ich muss erstmal hier auf Bild festlegen noch. Hier steht zwar noch 1 Megabyte, aber ich habe es schon aktualisiert. Ich kann es ja nochmal löschen, dann nochmal hier drauf gehen, dann nochmal hier hingehen, jetzt sehe ich 65 Kilobyte, damit ihr mir das auch glaubt. Dann gehe ich auf Save Changes und dann muss ich die Seite noch aktualisieren. Ich muss also, diese eine Unterseite, die muss aktualisiert werden, damit ich jetzt dieses Hintergrundbild hier habe. Und ich sehe, ich habe ein Auge für Farben bekommen, es sieht affenstark aus, finde ich, wenn dieses Rot hier drauf ist. Das sieht aber auch nur so stark aus, weil die Impreza-Leute, die sich das hier ausgedacht haben, ziemlich clever waren und hier schon ein Overlay in dieser Farbe hier rüber getan haben, dass man mit 60% aber nur sieht, ich kann das leeren, dann habe ich kein Overlay. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, dann ist das Bild viel zu hell. Lass mal gucken. Ja, seht ihr das? Das sieht nicht so cool aus. Man erzielt also einen sehr guten Effekt, indem ich wieder hier auf Bearbeiten gehe, also ich gehe dann auf die Zeile, dann scrolle ich hier wieder runter und dann möchte ich ein Overlay, ein Hintergrund-Overlay und dann nimmt man immer schwarz, ich muss wieder hier auf Farbe wählen, und dann Alpha-Wert. Den wähle ich immer so zwischen 20 und 60. Die haben jetzt eben sehr übertrieben, ich kann mal 30 ausprobieren, gehe wieder rüber und selbst 30 wird sicherlich besser aussehen als die Basis-Version. Ich fand, dass 60 sah sogar noch ein bisschen besser aus, vielleicht ein bisschen zu dunkel, weil Dunkelheit hat ja auch nicht viel mit Freundlichkeit zu tun. Das muss man auch mal so sehen. Deswegen nehme ich keine 60, sondern 50. 0.5. Ich hoffe, jetzt geht's. Yes, sieht sehr gut aus. So, und ich habe eben Stopp gemacht, ein bisschen mit den Schriften rumgespielt, einfach um zu gucken, was ich euch noch so alles zeigen kann, weil zum Beispiel auch bei dieberater.de, unserer Website, unserer Agentur, da haben wir jetzt auch gerade beispielsweise ein Schrift-Redesign gehabt, da haben wir beispielsweise hier Katwa und dann haben wir hier Roboto und das sieht sehr gut zusammen aus. Normalerweise nimmt man im Web keine Serifenschrift, also das lässt sich eigentlich im Web nicht so gut lesen. Als große Überschrift finde ich es persönlich völlig in Ordnung, aber nicht als Fließtext, okay? Das sollte man sich als Regel merken. Ganz grob über den Daumen geschlagen, niemals Serifen für Fließtext, Serifen für Überschriften in Ordnung. Okay, ich habe jetzt das eben hier eingestellt und hatte hier zum Beispiel Kinze als Überschriften. Ich gehe mal wieder auf Lato, das war, glaube ich, voreingestellt und habe dann gesehen, es gab dann hier ein paar Probleme beim Laden, obwohl jetzt geht es wieder. Also Lato ist auch eine sehr schöne Schrift. Schöne Schrift ist zum Beispiel OpenSuns, Lato, Roboto. Das sind schöne Fließtext-Schriften. Das zum Beispiel ist sicherlich auch Lato hier. So, jetzt passt das natürlich überhaupt nicht zum Logo hier. Deswegen sollte man hier natürlich dann auch irgendwie eine Serifenschrift herzaubern. Zum Beispiel wie bei den Beratern könnte ich jetzt hier sagen, okay, hier Lato oder Roboto haben wir zum Beispiel auch bei den Beratern. Und dann haben wir hier Überschriften. Das habe ich hier übrigens unter Theme-Option und dann Typografie. Nicht, dass ihr das nicht findet. Und dann nehme ich mal hier Katwa zum Beispiel. Katwa ist auch eine Serifenschrift. Und ich sehe dann sofort hier eine Vorschau davon. Das ist richtig geil, oder? Also ich sehe sofort eine Vorschau, wenn ich hier ändere, zack, das ist die Schrift, das ist die Schrift. Und das sieht ein bisschen nach 5 Jahre bis 10 Jahre im Kindergarten gezeichnet aus. Also das nehmen wir auf gar keinen Fall hin. Nehmen wir lieber Katwa, ne? Und dann lade ich mal neu. Und dann sehe ich, okay, jetzt sieht es so aus. Jetzt hat man den absoluten Schriftrausch. Mensch, wir haben hier eine andere Serifenschrift als hier. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und dann haben wir hier auch noch zu Fett. Das liegt jetzt daran, dass ich hier für die normalen Schriften, für Roboto, wahrscheinlich keine richtige Schrift finde. Ich lasse mal ganz kurz hier das Fett. Das kann ich ja ruhig laden. Aber dann klicke ich mal hier leicht 300 noch an. Und dieses 400 nehme ich mal kurz weg. Das scheint ein kleiner Fehler zu sein, weil... Ne, okay, stimmt. Das hier ist auch, wenn ich mal auf Untersuchung gehe, gar kein Fließtext. Das ist auch eine Überschrift, auch eine H5. Das bedeutet, das wird auch direkt zu dieser dicken Katwa umgewandelt. Aha, genau. Das ist nämlich auch eine H5. Und H5 gehört nämlich auch hiermit dazu, zu diesen Katwa-Schriften. Das ist natürlich doof. Das ist mit 700 ein bisschen zu fett. Deswegen lade ich mal nur die normale 400. Das ist immer die Schriftstärke. Lade wieder neu. Und sage, okay, das sieht jetzt schon besser aus. Ja, ist schon ein bisschen mehr in Ordnung. Und dann haben wir hier so diese Feinschrift. Das finde ich von der Komposition her in Ordnung. Aber die ist jetzt sehr, sehr klein geworden. Wir könnten also sagen, dass die normale Schriftgröße 16 Pixel auch ist. Und Roboto. Und vielleicht doch nicht leicht, sondern normal. Laden hier wieder neu. Und sehen, okay, die ist jetzt wahrscheinlich regular. Ich kann die aber ganz schlecht lesen, muss ich sagen, gerade. Warum auch immer. Ich nehme mal hier Medium auch noch mit dazu. Lade nochmal hier neu. Roboto haben wir, ne? Lade hier neu. Ja, das zum Beispiel ließe sich jetzt schon viel freundlicher lesen, muss ich sagen. Ne, das hier. Das lässt sich viel besser lesen vom Roboto jetzt her. Oder ich weiß gar nicht, wie es auf die Berater. Hier haben wir es noch ein bisschen dünner, aber dafür haben wir auch 18 Pixelschriftgröße, glaube ich. Also da habe ich hier dann 18 genommen. So, jetzt haben wir hier Katwa. Aber das macht so viel Dynamik. Also das Geile ist, ich kann hier auch ganz viele Fonts auswählen. Auch Google Fonts. Und könnte zum Beispiel auch Kinze jetzt hier wählen. Ohne, dass ich hier irgendwas installieren muss. Wie auf meinem Computer eben. Und jetzt zum Beispiel habe ich hier Finanzguru vom Logo her so und Kinze hier so. Aber jetzt habe ich wieder die absolute Unruhe im System eigentlich drin irgendwie. Würde ich jetzt so sagen. Deswegen nehme ich lieber hier wieder Fett und Normal und speichere mal. Und würde jetzt die Normal machen und die Fett machen. Ja, jetzt sieht es schon angepasster aus, ne? Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Ja, jetzt dürfte halt nur nicht das hier irgendwie auch noch größer als das Logo sein. Finde ich so ein bisschen. Mal schauen. Ja, lassen wir jetzt erstmal so. Ist absolut. Ich bin so zufrieden. Es sieht schon viel individueller aus. Wir können mal vorher, nachher Vergleich machen. Zu dem hier. Also da seht ihr auch, was Schriftarten alles so ausmachen, ne? Ich gehe hier mal drauf auf One-Page-Demo. Also es ist oft die Schriftart, die primär eine Website hässlich oder nicht hässlich macht. Seht ihr hier diesen Unterschied? Seht ihr, was diese Website hier für eine Message rüberbringt? Diese ist viel mehr Technologie und diese ist viel mehr hier konservativ, ne? Aber trotzdem irgendwie schick, ne? Das ist so mal ein bisschen was anderes so. Jetzt habe ich hier oben immer noch keine Kinze. Eventuell passt das sogar auch dazu, dass wir hier eine serifenlose Schrift haben. Aber das liegt daran, dass wir hier eine individuelle Überschrift haben. Und ich glaube, wir können hier unter Design-Einstellungen... Ne, hier muss es auch gehen. Hier können wir, glaube ich, die Schriftfamilie wählen. Genau. Hier können wir pro Überschrift mit diesem Visual Composer Element. Das ist ja hier der Visual Composer. Hier kann man mit einem Plus eine Überschrift hinzufügen. Zum Beispiel eine individuelle. Oder ich sage zum Beispiel, ich möchte einfach nur einen Textbereich. So kann ich zum Beispiel eine ganz einfache Überschrift hinzufügen. Ich bin eine einfache Überschrift. So. Und bleibe da einfach drin in diesem Ding. Ich markiere nicht immer alles, ich bleibe da drin. Weil ansonsten, wenn ich mehr markiere, dann mache ich eventuell noch das, was da drunter ist. Vormatiere ich um. Das ist ein bisschen wie im Word, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich jetzt die Überschrift 1 nehme, dann wird das, wo ich gerade drin bin, der Absatz, der wird dann so formatiert. Und das ist jetzt eine normale H1, ohne dass ich Einfluss auf die Schriftart habe. Das heißt, dieses Kinzel hier, das wird jetzt gewählt, weil WordPress einfach guckt, was habe ich hier mit dem Presa gewählt. Und da sieht er hier, Überschriften soll Kinzel sein. Also eine H1-Überschrift. Eine Überschrift 1. Das hier also ist aber eine individuelle Überschrift. Ich lösche das mal hier. Das ist der Papierkorb, da kann ich Elemente wieder löschen. Dann habe ich hier die individuelle, da kann ich sagen, ey, das soll jetzt Kinzel sein. Und das ist kein einfacher Text. Und deswegen, das ist jetzt Kinzel. Wir speichern nochmal, dass das nicht so voll da oben aussieht. Eventuell ist das als Unterschrift hier so riefenlos gar nicht so schlecht. Jetzt hängt das hier sehr nah aneinander. Für sowas nimmt man zum Beispiel ein Spacer-Element. Ich gehe mal auf Plus und dann mache ich mal hier ein Spacer. Dann Lehrer-Bereich. Heißt auf Englisch Spacer. Jetzt kann ich hier die Pixelgröße. Ich nehme häufig sowas mit 20 Pixel oder 17 Pixel nehme ich oft. Den kann ich verziehen. Da muss ich einfach nur hier auf das Element gehen und muss nach oben ziehen. Und ziehe das hier hoch. Gehe auf Aktualisieren dieser Seite. Kann hier aktualisieren und werde dann sehen, dass hier ein bisschen mehr Platz geschaffen wird. Genau, das sieht schon besser aus. Ja, und dann habe ich zum Beispiel hier unten diese Kante. Da können wir uns auch noch angucken, wie wird die eigentlich so geschaffen. Das ist auch hier. Da gehe ich mal über den Stift. Da sehe ich ja das vom Design her. Da habe ich hier unter Allgemeine Einstellungen das Hintergrundbild gemacht. Und dann gibt es hier aber unter Effekt, hier gibt es diesen Separator. Dann stellt man Big Triangle ein, Position Bottom und dann die Höhe dieses Triangles. Genau, Background muss weiß sein. Und dann hat man hier so eine Kante. Die wird automatisch generiert. Die muss gar nicht im Bild sein. So, jetzt haben wir hier oben noch das Menü. Das kann ruhig serifenlos bleiben, würde ich sagen. Kann man sehr schön lesen. SEO-technisch würde ich nur sieben Unterpunkte maximal nehmen. Ich würde auch empfehlen, dass man hier die Produkte abbildet oder die Dienstleistungen, die man hat. Und die Projekte, Referenzen über uns, Kontakt. Das kann eigentlich immer, da muss man gar nicht sehr kreativ werden. Ähm, denn der User, der erwartet ja auch viel. Also, da kann man, hat man gar nicht so viel Freiheitsgrade. Aber was wichtig ist, dass man anfängt Unterpunkte zu machen, bevor man es anfängt irgendwie zu, ja, zu kompliziert zu machen. Also, bevor man zu viel hat. Hier haben wir ganz klar gesagt, wir haben hier Inhalte. Also, hier kommt Blog und so. Und wir haben hier ganz klar gesagt, wir haben hier mehr. Und Kontakt soll hier aber bleiben. Ansonsten sollte man das hier nicht vollproppen. Ja, hier machen wir demjenigen Lust auf mehr. Und hier haben wir unsere Projekte, hier haben wir unsere Leistungen. Ganz klar gegliedert, sage ich mal, ne. Also, das haben wir schon richtig gemacht hier vom Menü her. Gibt vielleicht noch ein paar Feinheiten. Aber ganz wichtig sind auch zum Beispiel keine englischen Begriffe reintun. Für eine deutsche Zielgruppe. Weil viele, viele deutsche Leute können kein Englisch. Also, es wird sehr, sehr, sehr kritisch. Selbst wenn man FAQ nimmt. Und viele Leute wissen nicht, was ein FAQ ist. Okay. Diese Menüpunkte. Wie tauschen wir die eigentlich aus? Wir haben jetzt hier oben One-Page-Agency-Demo. Das können wir ruhig nochmal übersetzen. Das nennen wir mal Finanzguru Malte Helmholt. Nee, komm. Finanzguri-Guru-Mucki-Fantastisch. So heißt der Typ. Okay. Finanztipps kostenlos aus vertrauensvoller Hand. Ihr seht schon, ich habe hier kostenlos geschrieben, damit der Besucher sofort sieht, was hat er davon. So. Finanztipps kostenlos aus vertrauensvoller Hand. Okay. Ich lade mal neu. Mal gucken, ob das hier noch reinpasst. Finanzguru-Mucki-Fantastisch. Finanztipps kostenlos aus vertrauensvoller Hand. Sieht doch schick aus, so, oder? Also, ganz schlecht sieht es nicht aus für ein bisschen Rumgespiele. Ich möchte euch jetzt nicht völlig überfordern. Ihr habt jetzt hier diesen Visual Composer gesehen. Ihr seht, dass man hier sehr viele Sachen anlegen kann und auch ausprobieren kann. Ich halte euch dazu an, viel auszuprobieren. Man kann aber auch jetzt hier viel löschen. Also, ihr seht ja, dass diese One-Page hier so aufgebaut wurde, dass man sich hier so durch die Seite scrollen kann. Ich kann aber jetzt auch super viel hier erstmal löschen einfach, weil ich es einfach nicht haben will. Genau. Es gibt einen Trick. Ich gehe auf klassischer Modus. Ich sehe, dass hier eine VC-Row anfängt. Hier, das ist die erste Row. Hier steht Mucki-Fantastisch. Irgendwann hört diese Row auch wieder auf. Manchmal mache ich Steuerung oder Command. Auf dem Mac ist es Command-F. Wir finden. Dann gebe ich hier Row ein. Und dann sehe ich, okay, die Row fängt da an. Und hört hier unter, wo dieser Slash davor ist, hört die wieder auf. Und dann fängt hier die nächste wieder an. Und dann kann ich eigentlich alle Rows bis ganz unten löschen. Damit muss man sehr vorsichtig sein. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann ist es in Ordnung. Ansonsten, wenn ich jetzt was kaputt gemacht habe, ja. Stellen wir uns mal vor, ich mache hier was kaputt. Und ich gucke jetzt die Seite an und es sieht völlig abgefahren blöd aus. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade was gelöscht. Das wollte ich gar nicht löschen. Ich gehe also mal auf Revision hier. Lasse mir die Revision anzeigen. Gehe eine Revision, einen Schritt zurück. Und stelle mir die automatisch gespeicherte Revision wieder her. Und habe jetzt Finanzguru Muckifantastisch, Finanztipps kostenlos. Und habe hier wieder alle meine Rows. Ich möchte diesen Claim, den möchte ich schon behalten. Weil der ist in Ordnung. Und dann möchte ich aber von dieser Row hier, da wo die aufhört. Upsi. Jetzt habe ich irgendwas gemacht, das wollte ich nicht. Ich gehe halt so wieder hier drauf. Und hinter our team, hier hört ja sicherlich irgendwo die Row auf. Hier fängt erstmal noch eine Row an. Und fängt, hört hier, es gibt auch innere Rows. Ja, also das ist die Row Inner. Ich möchte aber diese Hauptrow. Die möchte ich löschen. Ja, ihr seht dieses Row Inner. Und dann habe ich hier, ja. Ich hoffe, dass es jetzt noch in Ordnung aussieht. Jetzt muss ich wahrscheinlich manuell noch ein bisschen was löschen. Ja, diese drei hier, die möchte ich jetzt noch löschen. Es ist natürlich super nett, wenn man sein Team auf der Startseite hat. Ich kann nur dazu anhalten, dass man Bilder von sich selber auf jeden Fall auf die Website tut. Ich könnte jetzt diese Person bearbeiten und auch wieder schön dieses Bild hier austauschen. Zum Beispiel könnte ich hier einfach auf dieberater.de gehen. Es ist ein toller Trick hier auf dem Mac, dass ich hier zum Beispiel dieses Bild nehme und einfach draufdrücke, markiere und in meinen Downloadsordner ziehe. Und von Jonas einfach auch. Jetzt brauchen wir noch ein Bild. Dafür gehe ich einfach mal auf mehr, unser Team. Und dann lade ich mir hier noch ein Bild runter. Dafür gehe ich einfach mal hier auf Maxi, ziehe das hier runter, ziehe das in meinen Downloadsordner, gehe wieder rüber auf meine Seite und ziehe jetzt erst mal mich hier rüber, lege mein Bild fest, klicke auf Speichern, gehe hier rüber, lege mein Bild fest. Genau, klicke auf Speichern. Und bei allen Bildern, die ich gerade hochlade, ist es sinnvoll, wenn man Alt-Tags auch vergibt für die Bilder, Alternativ-Texte, die Suchmaschinen-optimiert sind. Also Finanzberatung, Guru, Website oder am besten, was man in dem Bild sieht. Maxi, Mitglied auf Finanzguru.de. Okay, sowas, ja. Finanzguru.berater-Demo. Ja. Zack, zack, zack. Und das stimmt ja. Hier ist es Jonas. Dann kopiere ich das. Und hier kann ich noch von Malte bearbeiten. Ja, ups. Nochmal. Zack, zack, zack. So, jetzt habe ich Alternativ-Texte. Das ist auch ein SEO-Merkmal. Ich berühre jetzt aber das und gehe auf Bild festlegen. Gehe auf Speichern. Gehe auf Seite aktualisieren. Und habe jetzt hier John Brown, Kate Banks und David Clark. Das hier ist jetzt leider ein bisschen zu klein, das Bild. Tja. Maxi, was machen wir da? Wir schmeißen ihn einfach raus. Das Maxi wird hier jetzt gefallen. So. Dann machen wir das zweizeilig. Das kann man da übrigens machen. Habt ihr gerade gesehen, wo ich geklickt habe. Dann haben wir das Ganze jetzt. Das ist Kate und das ist John. Okay. Our Team und so weiter. Jetzt haben wir hier schon mal eine Seite gebaut. Jetzt seht ihr aber gerade, es gibt diese Menüpunkte hier alle gar nicht. Wo bearbeite ich die? Ich gehe also auf Seite bearbeiten, dann gehe ich auf Design, dann gehe ich auf Menüs. So. Dann lösche ich das mal alles hier. Löschen. Löschen. Übrigens nochmal zu diesem Hintergrundbild, das ich da jetzt gewählt hatte. Es ist super wichtig zu wissen, dass nur dieses Bild, weil das von Unsplash ist, könnt ihr das benutzen, ohne dass ihr irgendwo eine Referenz auf das Bild verweisen müsst. Zum Beispiel nicht im Impressum müsst ihr irgendwas über den Auto oder das Bild schreiben. Wenn ihr Bilder von Shutterstock oder von Bigstock-Foto oder irgendwas anderes habt, vor allen Dingen von deutschen Autoren, müsst ihr ganz vorsichtig sein. Dann müsst ihr immer schreiben, von wem ihr die Bilder habt. Das vergessen ganz viele. So. Wir haben jetzt hier Home, aber ich habe ja gesagt, sowas nennt man Start auf Deutsch, weil viele Leute wissen nicht, was Home ist. Also viele Leute kapieren das einfach nicht so richtig, ja. Weil ältere Generationen gehen jetzt auch ins Internet und da haben viele Russisch von in der Schule gelernt und nicht Englisch. So, ich habe jetzt hier Start und ich möchte jetzt hier auf jeden Fall nur eine Seite haben, die ich Kontakt nenne. Deswegen gehe ich auf Neu. Ich gehe auf Seite. Ich gehe auf... Ich nenne die Kontakt. Dann sollte man eigentlich nochmal ein paar Zeilen schreiben, warum man dich jetzt kontaktieren sollte. Irgendwie sowas, ja. Macht mir noch ein bisschen Fettdruck. Der Kontakt zu uns. Hier macht man eine Überschrift raus. Zum Beispiel eine H2-Überschrift. Zweiten Grades. Dann mache ich das zum Beispiel zweizeilig hier. Und dann gehe ich hier auf Plus und füge hier eine Map hinzu. Und hier gibt es Google Maps. So. Und hier sage ich zum Beispiel von der Höhe 300 Pixel. Das kommt hin. Und dann kann ich hier eine Latitude und eine Longitude eingeben. Und dafür gehe ich auf long-lat.net. Ich glaube, es ist umgedreht. Let long.net, long-lat.net. Ich komme da immer wieder durcheinander. Dann ist es let long.net. Hier gebe ich ein Königsbrücker Straße 62 Dresden. Jetzt habe ich hier die Let. Ich muss unbedingt Tabs zumachen. Und dann brauche ich noch die long. So. Trag die hier ein. Gehe auf Marker. Sage auf. Gehe auf Custom. Gehe hier rüber in mein Illustrator. Mach das Ding hier auf. Zack. Also macht er ein neues Artboard, nennt man das übrigens. Kopiere das darüber. Eventuell drehe ich das einfach um, damit das irgendwie auf den Standort zeigt oder so. Genau. Vielleicht spiegeln. Vielleicht ist das witzig. Vielleicht sieht es auch völlig Panne aus. Gehe auf Save. Eine gute Breite sind 80 Pixel bei so einem Marker. Der darf nicht zu groß werden, weil ich kann den nicht verkleinern. Marker. Man nennt sowas Map minus Marker. Speichert sowas auch als PNG sofort in der richtigen Größe. Ich kann das jetzt hier reinziehen. Zack. Use specific things. Und dann gehe ich nochmal hier runter und gucke nochmal, wie mein Zoom ist. Ich glaube, der ist bei 11 immer relativ okay. Und gehe auf Save Changes. Und dann gucke ich mir aber meine Seite an, wie sie jetzt aussieht. Something went wrong. Okay. Welches Map-Element ist es? Das ist das Google Map-Element. Das wird generiert von Visual Composer Add-ons. Von diesen Ultimate Add-ons. Da steht hier Ultimate und dann steht auch hier schon Google Maps. Hier. Da muss ich drauf gehen. Und hier brauche ich ein API-Key. Dafür gehe ich hier auf API-Key. Und ich brauche unbedingt. Ich brauche unbedingt ein Google-Konto. Ich gehe dann hier oben auf Get a Key. Und nenne dieses Projekt. Create a new project. Ich nenne das. Finanzen. Create an enable API. Beziehungsweise ich hätte es jetzt eigentlich Berater-Demo nennen können, weil das könnte ich dann für alle Demos benutzen. Aber ich glaube, ich werde es nicht machen, damit ich in jedem Tutorial gezwungen bin, sowas wieder anzulegen, damit ich es niemals vergesse, dass ihr das machen müsst und dann unter meinen Tutorials kommentieren müsst. So, dann aber noch eine Sache, weil ihr habt ja jetzt meinen Key gesehen. Das ist natürlich wichtig. Jetzt schneide ich mal ganz kurz dazwischen. Ich muss natürlich auf die Konsole hier gehen. Ihr habt jetzt alle meinen Key gesehen. Ihr könntet ihn alle benutzen. Ich muss ihn natürlich einschränken, die Zugangsdaten, und zwar auf zum Beispiel die IP-Adresse. Hier kann ich zum Beispiel meine IP-Adresse wählen, die ich jetzt hier für die Website habe. Dann könnte ich das zum Beispiel bei allen Websites nehmen. Ich kann mal zurück hier ins C-Panel reingehen. Ich gehe mal hier auf My Accounts, und dann finde ich direkt hier unsere IP-Adresse raus. Die steht hier unter Information and Settings, und dann restriktiere ich diese API oder diesen Key, damit ihr den nicht benutzen könnt. Das wäre nämlich der Hammer, wenn ich das jetzt vergessen würde hier. Dann könntet ihr alle meine API benutzen, und dann müsste ich sozusagen für eure Zugriffe bezahlen, obwohl das jetzt noch nichts kostet, aber wenn, sage ich mal, den Tausende von Leuten benutzen, dann hat man so viele Zugriffe auf die Google-API, dass Google sagen würde, halt, stopp, was geht bei euch ab? Das ist ein bisschen zu viel. Okay, das war es auch schon. Jetzt geht es weiter. Okay, ich habe jetzt hier einen API-Key. Ich kopiere den in die Zwischenablage, gehe wieder rüber hier zu Google Maps und klicke auf Save Changes. Das Ganze wird aber immer noch nicht funktionieren, weil die Google Maps-API doch funktioniert. Ist ja astrein, geil. Dann haben wir jetzt sogar noch Zeit, dass wir auf Snazzy Maps gehen. Ich google mal Snazzy Maps, gehe hier drauf, und dann hole ich mir ein rotes Design, ein relativ cleanes. Ich google mal hier, äh, gucke, ich gebe mal hier ein Red. Dann finde ich hier unten rechts Red of Snazzy Maps, und dann nehme ich zum Beispiel, ja, zum Beispiel dieses. Das haben wir bei die Berater auch gemacht, so eine Map generiert. Und dann habe ich jetzt hier diesen Style, den kopiere ich ins Clipboard, und dann nehme ich ja, nehme ich mal den Editor meiner Wahl. Zum Beispiel nehme ich hier, mhm, das ist jetzt der Atom-Editor. Das ist einfach nur ein Text-Editor. Ähm, und jetzt möchte ich dieses Rot. Ist das das Rot? Ach komm, ich kopiere das einfach jetzt darüber. Moment. Ich kann das hier schon längst schließen mit der Map. Also die Map wird jetzt schon generiert. Wunderbar. Hier gehe ich auf Seite bearbeiten nochmal, weil das nicht mehr offen. Und dann gehe ich hier auf Google Map. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht zu schnell bin. Dann gehe ich hier auf Styling. Und dann kopiere ich nochmal diesen Code hier rein. Und dann habe ich hier diesen Wert, dieses Hue. Und Hue bedeutet, das ist ein komisches Wort, H-U-E. Ähm, das bedeutet Farbton. Ja. Und den kann ich natürlich auch von unserer Seite nehmen. Das war ja sowas in die Richtung F0 42, 46, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist der Berater-Dings ja auch so ähnlich. Und dann gucke ich mir nochmal die Seite an. Ich schließe das in dem Tab. Ist noch nichts passiert. Ich lade nochmal neu. Immer noch nichts passiert. Warum nicht? Ich gehe wieder auf Styling. Ich gucke nochmal nach. Oh, hier ist was passiert, ne? Ich hole das nochmal rüber. Ich habe das falsch eingetragen, ne? Hier muss rein. Ja. F0. 42. 46. Ich habe es da eingetragen aufs Versehen. Das kommt, wenn man die ganze Zeit so redet. Und dann macht man manchmal andere Dinge, als man denkt. Dann weiß derjenige auch, wann wir antworten. Und da steht ein bisschen mehr Text. Ich habe das mir jetzt irgendwie aus den Fingern gesorgt, ne? So, jetzt lade ich neu. Jetzt ist hier ein bisschen mehr Text, damit das gut aussieht. Jetzt habe ich hier... Das ist mir ein bisschen zu doll eingefärbt jetzt, muss ich sagen. Ich hätte eigentlich lieber so eine weiße Map, ja? Ja, ne, das sieht überhaupt nicht gut aus, ne? Was habe ich mir dabei gedacht, als wir das genommen haben? Ja, lieber sowas hier. Und dann mache ich aus dem Blau ein schönes Rot. Obwohl, ne. Das ist das Styler. Was ist das? Nochmal zurückgehen. Ich gebe nochmal hier Red ein. Das ist natürlich auch witzig, wenn... Ja, hier. Das hier müsste eigentlich in Ordnung sein. Copy to Clipboard. Dann gehen wir nochmal rüber. Styling. Und dann haben wir jetzt hier dieses Rot. Da müssen wir mal rausfinden, was das für eine Farbe ist. Hier haben wir zum Beispiel ein Hue. Das müsste rot auch sein. Aber das müsste halt ein Knallrot jetzt sein. Ja. Oder? Das könnte jetzt ein Knallrot sein. Ich kann es aber auch einfach... Ne, lassen wir nicht so. Wir machen dann noch ein richtiges Rot draus. Und wenn das Video drei Stunden geht. Dieses Rot hier. Machen wir mal F0... 42, 46. Haben wir hier noch irgendwo Hue? Color haben wir hier noch. Da. Ne, das war noch nicht das Richtige. So. Man kann das halt mit dem Color Picker auch rausfinden, welches das ist. Wo sind überall Raute hier am Text? Wir haben... Stylers. Das ist es nicht. Dann haben wir hier... Transit Element Oil. Machen wir mal hier einfach. Machen wir mal meinen Rot. Indem ich nach Raute durchsuche, kann ich halt sehen... Ja. Das ist es, oder? Ja, ja, ja. Jetzt stimmen die beiden Rot-Töne übereinander, ne? Äh, jetzt stimmen die überein, meine ich. Aber ich bearbeite nochmal ganz kurz und möchte nochmal ranzoomen. Was ich leider immer wieder vergesse, ich kann mir das nicht merken, ob ich jetzt hier auf 14 gehen muss oder ob ich runter gehen muss. Ich glaube, ich muss auf 14 gehen, weil das ist mir ein bisschen zu weit weg. Yes, yes, das ist es. Das ist es. Und dann hat der User ja immer noch so ein paar Referenzpunkte, dass er zum Beispiel den Fluss, wenn er den sieht, dann weiß er genau, wo wir in Dresden sind. Deswegen gehe ich nochmal drauf und zoome wieder einmal raus. Hier war das, ne? Auf 13. Gehe auf Aktualisieren und lade hier Neue. Ja, so ist gut. So weiß jeder genau, wo wir sind. So, und jetzt möchte ich noch ein Kontaktformular haben. Es ist nämlich so, dass ja die Leute auch gerne ein Kontaktformular benutzen. Allerdings, ja, in diesem Tutorial hier machen wir mal einfach nur eine E-Mail-Adresse rein. Und da ist es wichtig, dass man die E-Mail-Adresse auch klicken kann und die Telefonnummer auch. Deswegen markiere ich das hier mal. Dann gehe ich hier drauf. So, mailto.info.atdieberater.de. So muss das auch so sehen. Mailto.info.atdieberater.de Und dann kann ich hier übernehmen klicken. Ja, machen wir mal hier E-Mail. Und dann Telefon. Und dann machen wir 0351. So, jetzt fragt mich mal nicht, was unsere Telefonnummer ist. Skype. So. So, ja, genau. Ich kopiere das mal ganz kurz hier rein. Markiere das wieder und will die auch klickbar machen. Und hier muss ich aber, das erkennt es nicht, TEL-Doppelpunkt davor schreiben, damit man das direkt wählen kann, zum Beispiel vom Telefon aus. Gehe auf Aktualisieren. Und ich denke, die Leute werden das schon hinkriegen, uns eine schöne E-Mail zu schreiben. Obwohl Kontaktformulare schon auch häufig benutzt werden. Genau. Jetzt mache ich die Kontaktseite noch ins Menü. Das hatte ich ja hier drüben noch offen, das Menü. Ich gehe also einfach hier links. Ich gehe mal auf Zeige alle. Habe dann hier alle meine Seiten. Hier könnte ich zum Beispiel Beiträge, Blogbeiträge im Menü einfügen. Hier individuelle Links, zum Beispiel zu dieberater.de. Könnte ich sagen, einfach http.doppelpunkt-slash-slash-www.dieberater.de. Die Berater. Zack. Zum Menü hinzufügen. Jetzt habe ich einen Link nach draußen. Sieht natürlich ein bisschen doof aus. Die Berater sollte natürlich groß geschrieben sein. So, und jetzt wollen wir noch Kontakt hinzufügen. Ich speichere hier mal ab, weil jetzt muss die Seite wahrscheinlich einfach geladen werden. Dann habe ich hier auch Kontakt. Kontakt habe ich in der Zwischenzeit erstellt. Das muss ich auch groß schreiben, ne? Sonst sieht das doof aus. Ich gehe auf Überschreiben und dann habe ich hier Start, die Berater, Kontakt. Ist das erst rein? Jetzt haben wir schon die Website hier so gut wie gebaut, so vom Layout her. Yo. So, wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden hier, rumbauen. Aber ich möchte euch noch ein bisschen Mehrwert bieten. Und zwar werde ich euch ein zweites Video anfertigen. Das wird über eine Stunde gehen, über Suchmaschinenoptimierung für diese Website, beziehungsweise wie wir das Basistracking einrichten. Ganz wichtige Sachen. Wie wir zum Beispiel tracken, wenn man auf diesen Link hier unten klickt oder wie man, wenn man hier ein Formular auf der Seite ausfüllt. Und solche Sachen werden wir machen in einem weiteren Video. Aber jetzt werde ich erstmal umstrukturieren auf dieser Seite. Ich habe mir das erst später überlegt, deswegen werden wir im nächsten Video erstmal mit dieser Sache hier weiterarbeiten. Das Witzige wird aber sein, wir wollen jetzt erstmal hier ein Klicktipp-Formular einbinden, denn eine Website, so wie sie hier ist, ist nichts wert. Man sollte den Usern Mehrwert bieten. Genauso würde ich auch momentan sagen, unsere Berater.de-Seite ist zum Beispiel nur was wert, weil wir hier zum Beispiel unter Inhalte ein paar Quick-Tipps und Tools und Software haben. Aber das ist noch nicht genug. Also auch wir brauchen hier einen absoluten Mehrwert für den User, damit die Leute sich auch in Newsletter eintragen. Beispielsweise, ich zeige euch mal ein Beispiel. Hier haben sich damals über meinen YouTube-Kanal, haben sich insgesamt alle zwei Tage hat sich einer für den Newsletter angemeldet. Ja, das war schon relativ cool und viel. Aber inzwischen, weil ich den Leuten was kostenlos gebe, durch das Reziprozitätsprinzip, also ich gebe wirklich meine Udemy-Kurse, die wirklich 50, 60 Euro kosten, die gebe ich wirklich kostenlos weg. Das ist kein Witz. Und seitdem ich das so mache und das hier so auch schreibe, melden sich hier sage und schreibe zwischen 10 und 20 Leute pro Tag in mein Newsletter an. Und ihr könnt euch ausrechnen, da melden sich dann in einem Jahr, also 365 Tage mal 20, melden sich über 6.000 Leute in meinem Verteiler an. Über 6.000 Leute. Überlegt euch das mal. Das könnt auch ihr machen. Auch ihr könnt eine E-Mail-Kampagne machen. Und jetzt kommt das Geheimnis. Über E-Mail-Kampagnen erreicht ihr extrem viele Kunden. Und E-Mails werden bis zu 50% oder sogar mehr. Meine E-Mails, die ich verstecke, werden manchmal sogar bis zu 70% geöffnet. Ja, also 70% Öffnungsrate. Da liegen keine E-Mail-Leichen großartig rum. Das ist der absolute Wahnsinn. Man kann Kunden immer wieder entertainen und unterhalten und ihr werdet denen nicht aus dem Kopf gehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch ein Klick-Tipp-Account. Das ist alles sehr, sehr simpel. Ihr müsst eigentlich nur auf klick-tipp.com gehen. Ganz wichtig, nicht E. Dann geht ihr auf Preise und dann seht ihr hier, dass das ziemlich fies vom Pricing her ist. Richtig fies. Ihr könnt es am Anfang mit einem kostenlosen Mailchimp machen. Aber inzwischen benutze ich zum Beispiel auch Klick-Tipp für Tagging. Das ist ganz wichtig. Damit ich zum Beispiel auch euch den E-Mail-Newsletter hier bereitstelle, werde ich auch Tagging benutzen. Und außerdem ist es so, dass es alles in Deutschland gehostet ist. Also bei Mailchimp, da muss man dann auf jeden Fall so ein paar Sachen beachten. Und naja, das ist keine Rechtsberatung hier, aber Klick-Tipp ist in Deutschland, ist ein deutscher Anbieter und es ist auf jeden Fall einer der größten. Also ich kenne auch viele andere Online-Marketer, die Klick-Tipp benutzen. Also es ist jetzt kein Tipp hier von wegen Partnerprogramm. Ich will damit Geld verdienen. Ich könnte dann zwar später mal im Overlay hier noch ein Affiliate-Programm machen. Ich habe mich da nämlich noch nicht für angemeldet oder so. Habe da jetzt keinen Link hier für euch, um zu Klick-Tipp zu kommen. Das ist aber auch egal. Ich will mit dem Video hier nicht unbedingt nur Geld, Geld, Geld machen. Es geht mir auch wirklich darum, dass ihr hier Mehrwert habt. So, egal. Es kostet auf jeden Fall ordentlich Kohle. Aber man hat, statt Listenchaos, hat man hier eben Tags. Das wird hier auch immer wieder hervorgehoben. Guckt euch auch das Video an. Ich habe jetzt so einen Account und ich habe mir unter List-Building eine neue Liste gemacht. Ihr müsst hier auf jeden Fall auf List-Building gehen, auf Neues List-Building. Und dann könnt ihr zum Beispiel den Raw-Code wählen. Das ist also ein nackter Code sozusagen. Und hier wähle ich mal Finanz-Guru. Und dann erstelle ich jetzt ein Anmeldeformular. Sage zusätzliches Tagging, könnte ich jetzt sagen. Das wird unter Finanz-Guru jetzt getrackt. Und wer sich hierfür anmeldet, bekommt auf jeden Fall dann zum Beispiel zurückgeschickt meinen zweiten Teil für dieses Video hier. Ganz cooles Beispiel eigentlich. Ich gehe jetzt mal hier auf Speichern. Ich möchte nur E-Mails abfangen. Gehe auf Speichern und bekomme dann hier einen Einbettungscode. Ich habe hier einen HTML-Einbettungscode. Gehe zurück auf meine Website. Ich schiebe das also zur Seite hier. Gehe zurück auf meinen Finanz-Blog und gehe hier auf Bearbeiten. So. Und dann möchte ich mal hier umbauen. Weil das Wichtige ist, so eine Website, wie wir sie hier jetzt haben. Ich gucke hier drauf und ich habe kein Mehrwert. Das verkauft nicht. Ja, selbst bei www.dieberater.de haben wir jetzt bis jetzt noch was Blödes. Das verkauft besser. Zwei Kurse kostenlos. Geil. Die Leute melden sich auf einmal bei mir. Die wollen was von mir. Und das müsst ihr auch erreichen. Das ist ganz wichtig im Online-Marketing. Das kann ich euch nur empfehlen. Also zum Beispiel diese beiden Links hier. Die sind völlig... Ich möchte jetzt nicht... Ja, für den Arsch. Sagt man, ne? So. Ich kann das alles löschen hier. Ich kann das wirklich alles löschen. Der Viewport muss gefüllt sein von tollen Sachen. Nicht von tausend Spacern. Am besten das hier kleiner machen, damit der Viewport voll ist mit schönen Sachen. Kleiner machen. Alles kleiner, schmaler nach oben hin, dass die Leute am besten sofort auch eigentlich ein Bild von euch sehen. Deswegen ist auch im Presa so gut, dass man oben direkt ein Bild reinpumpen könnte. So, jetzt zum Beispiel hier. Hier könnten wir sagen, nicht Finanztipps kostenlos aus vertrauensvoller Hand. Und da habe ich mal einen Satz zum Beispiel gemacht, 10 kostenlose Tipps, wie sie 2017 mehr Geld verdienen, per E-Mail anfordern. Ja, die Leute sollen in eure Liste kommen, sonst kommen die einmal kurz und kommen nie mehr wieder. Nicht so wie bei mir. Da kommen bei auf CMS-Videos, da sind ein paar hundert Leute am Tag. Ich sage mal so 100 bis 500. So, und davon melden sich aber dann 10 bis 20 melden sich an, ja? Manchmal sogar mehr. Hammer. Weil die was kostenlos haben wollen. Und das müsst ihr auch ausnutzen. Das nennt man, wie gesagt, Reziprozitätsprinzip. Also wir sind hier schon direkt am Verkaufen. Das ist auch mein erstes Video hier auf YouTube, wo ich euch direkt zeige, wie kann man auch mehr verkaufen. Weil mir wird es ja natürlich auch irgendwann langweilig immer nur SEO und WordPress und so. Das ist alles toll, aber heutzutage geht es nicht nur um Design im WordPress. Es geht auch ums Verkaufen. So, und jetzt möchte ich hier drunter mein Anmeldeformular tun. Und dafür habe ich im Visual Composer ein Element. Das kann ich hier finden, indem ich zum Beispiel auch hier kann ich HTML eingeben. Dann finde ich das. Ungefiltertes HTML. Und hier kann ich jetzt, Moment, aus meiner, aus meinem Klicktipp, hole ich mir den Einbettungscode, gehe hier rüber und kopiere das hier rein. Und dann gehe ich mal auf Aktualisieren und dann gehe ich hier rüber auf meinen Blog. Es sah sogar relativ cool aus, weil das hier zum Beispiel sieht jetzt echt blöd aus. Ich kann meinen Button Text hier selber machen, obwohl es geht auch noch, wenn ich da so ein Overlay-Ding rein tue. Also ich könnte das jetzt alles stylen. Ich könnte jetzt zur Einfachheit, könnte ich einfach mal hier eine Tabelle anlegen und die mache ich zum Beispiel 5, würde ganz gut teilweise sein. Das geht aber nicht. Zum Beispiel drittele ich das und dann ziehe ich das hier mal rein. Jetzt wird das wahrscheinlich trotzdem nach links rüber fluppen und nicht in der Mitte bleiben. Genau. Wir wollen das aber links haben, deswegen tun wir hier nochmal einen Spacer hin. Ein leerer Bereich hier. Zack. Jetzt wird es gehen. Rechts auch. Tun wir rechts auch hin. Da gesehen, habe ich einfach kopiert durch diesen Klick auf diesen Dings. So und jetzt habe ich das in der Mitte. So, jetzt gehe ich hier wieder drauf. So und jetzt habe ich hier ihr Button Text 10 Tipps anfordern. So. Ich sage auf jeden Fall mal meinem Kollegen auf YouTube, Florian Lapitz, er soll unbedingt ein Klicktipp-Tutorial machen, weil das ist viel wert. Auf Klicktipp gibt es auch viele Tipps, aber ihr könntet jetzt das, jedem, der sich hier anmeldet, könntet ihr genau so eine PDF zuschicken, zum Beispiel mit Word gebaut. Macht euch eine geile Word-Vorlage für ein E-Book, ja. 10 Seiten, das habt ihr an einem Tag geschrieben und dann habt ihr schon Mehrwert. Also E-Books sind mega, mega geil. Ich frage mich selber mal, warum ich zum Beispiel noch gar kein E-Book habe. Das liegt daran, dass ich glaube ich Videos, Videos, Videos mache. Bevor ich ein E-Book mache, mache ich ein neues Video. Aber wenn ich jetzt kein Video-Typ wäre, dann würde ich E-Books peitschen. Dann würde ich ganz viel E-Books machen, weil ein E-Book, das kann man jedem schicken und kann seine besten Ideen. Ihr seid ja auch bestimmt eine Expertin in irgendwas. Jetzt will ich nur noch hier zwischen E-Mail-Adresse, ihre E-Mail-Adresse, will ich noch einen Break hin tun, weil das sieht nicht gut aus. Ich möchte diesen Break hier kopieren. Da habe ich einen Break-Tag, einen HTML-Break-Tag. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für euch. Lasst es ansonsten so. Es gibt auch noch eine zweite Alternative. Jetzt, das sieht schon in Ordnung aus. Es gibt eine Alternative. Da kann ich hier noch mehr HTML rumbauen. Jetzt kommt die Profi-Variante. Wartet. Ich habe hier Value E-Mail-Dingsbums, ihre E-Mail-Adresse. Ihre E-Mail-Adresse. Das kann ich auch einfach wegschleudern. Ihre E-Mail-Adresse. Dieses gesamte Label-Dingsbums. Und dann tue ich hier in diesen, hier wo steht Input, Type, ID, Name, E-Mail. Hier mache ich noch Placeholder. Dazu ist gleich E-Mail-Adresse. Ihre E-Mail-Adresse. Mache Save Changes, aktualisiere das. Und jetzt ist es noch cooler, als es bei Klick-Tipp rausgehauen wird. Jetzt kann ich da die E-Mail und zack. Ich brauche gar nicht mehr so viel lesen. Ich kann einfach eintragen. Malte, die Berater.de. Zack. Zehn Tipps anfordern. Zehn Tipps anfordern. Zack. Und schon bin ich auf der Landingpage von Klick-Tipp. Und kann auf Klick-Tipp einstellen, dass ich direkt hier wieder hin zurückgeleitet werde. Und jetzt habe ich die Bestätigungssache in meinem Postfach. Und das sieht alles gut aus. Das heißt, ich komme auf die Seite, sehe sofort das. Und sehe, oh ja, hier mehr Geld verdienen, ausfüllen. Wichtig. Ich kann die Website hier auch noch ein bisschen besser, sage ich mal, formatieren. Ich würde zum Beispiel das hier oben auch. Das würde ich kürzen. Weil das bricht das Ganze ja voll um. Und ich würde das Ganze noch weiter nach oben ziehen. Für Leute mit einem kleinen Display. Die müssen das sofort sehen. Finanzguru. Zack. So sieht es schon noch ein bisschen besser aus. So hatte ich es auch im Test, als ich getestet habe, was ich euch hier zeigen will. So. Und hier unten dann Informationen und weiter überzeugen. Und Referenzen noch einfügen. Leute, die sagen, Mensch, das ist cool. So haben wir es zum Beispiel auch auf die Berater. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen unsere Stimmen ein bisschen ruhig gehalten. Wir haben hier oben nicht Reviews oder so. Aber wir haben hier rechts, haben wir immer unsere Google-Bewertungen. Und immer Texte über uns. Ja, dass die Leute auch Kundenstimmen von anderen haben. Also wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr, dass wir die Leute nicht über den Tisch ziehen mit SEO. Da wisst ihr, dass viele, viele Leute mit uns zufrieden sind. Und das müsst ihr Leuten auch zeigen, dass das hier ein einzigartiger Guide ist. Und das sieht doch schick aus, oder? Das ist doch gar nicht so schlecht. Und das war meine Schlussmessage. Das hat jetzt auch nochmal 10 Minuten gedauert. Aber ich denke, das ist was wert zu wissen. Dieses Reziprozitätsprinzip. Wie gesagt, ich habe einfach nur durch meinen Kurs. Und man kann einen Udemy-Kurs, ja. Auf dieser Plattform. Den könnte man theoretisch in zwei Tagen abdrehen. Ne? Videokurs. Da macht man 7, 8 Videos über was. Wenn man da ein bisschen Routine hat. Und nicht zu, ähm, ja. Nicht zu doll an der Qualität die ganze Zeit und so. Wisst ihr, weil ich brauche ja auch für so ein Video mindestens einen Tag. Ich sitze ja jetzt schon seit zwei Tagen zum Beispiel an diesem Video hier. Man kann aber auch wirklich sagen, okay. Dann machen wir jetzt mal ein Minimal Viable Product. Also ein Produkt, das ich raushauen kann. Kostenlos. Das ist ja auch kostenlos. Das sollte ja auch keiner kritisieren. Ihr zum Beispiel könnt runterschreiben unter dieses Video. Mal, du bist viel zu schnell. Weil ich weiß über mich, ich bin immer viel zu schnell. Das ist meine Art. Das kann ich fast nicht einstellen. Ich bin vielleicht schon manchmal ein bisschen so, dass ich Dinge zweimal zeige, wenn ich merke, okay, hier wird es tricky. Man kann bei Videos zurückspulen und so weiter. Ihr könnt auch, ich weiß, wenn ihr Videos machen werdet, das erste Mal, ihr werdet zu schnell sein. Oder ihr werdet zu leise reden. Oder irgendwie sowas. Darum diese Kritik, ihr seid zu schnell. Ich übe da seit Jahren dran. Das ist mega schwierig. Ihr werdet niemals perfekt hinkriegen, so ein Video. Ihr seid ja kein Nachrichtensprecher. Oder ihr werdet auch ein E-Book mit Rechtschreibfehlern drin haben. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr was habt. Es geht darum, dass ihr was habt, was den Benutzer interessiert. Hier zum Beispiel bei Finanztipps. Hier geht es nicht um einen Guide, der Rechtschreibfehler komplett frei ist. Also das ist natürlich gut, wenn der Rechtschreibfehler frei wäre. Aber der muss natürlich nicht Lektorat geprüft sein. Also der kann natürlich, wenn er wertvolle Informationen hat, dann ist dem User am Ende egal, ob da unten irgendwie GmbH noch drunter steht oder irgendwie sowas. Hauptsache der hat wirklich gute Tipps. Und dann ist auch egal, ob da mal irgendwie ein kleiner Rechtschreibfehler drin ist. Hauptsache die Tipps sind extrem gut. Und das müsst ihr euch merken. Das ist ganz wichtig. Und deswegen kann jeder ein E-Book schreiben und dann hier anfordern lassen. Ihr könnt das Ganze sehr gut dann im Klicktipp später festlegen, was sollen für Mails geschrieben werden, was gibt es für Kampagnen, was sollen für Follow-up Sachen. Aber das soll jetzt kein Klicktipp-Tutorial hier wie gesagt sein. Aber so muss eine Landingpage aussehen und nicht wie sie vorher war. Deswegen, wir sind hier durch einen Prozess gegangen in diesem Video-Tutorial. Das war so ein erster Versuch von mir. Wie baut man es erst und wie baut man es jetzt nochmal um, sodass es mehr Leute anspricht. Was noch besser wäre, wäre, wenn ich jetzt hier oben im Header direkt noch ein schönes Bild von mir hätte. Wenn ich hier so einen kleinen Kreis mit meinem Bild hätte, damit ich das personalisiere. Aber darauf verzichten wir heute. Das könnt ihr dann nochmal selber ausprobieren, ob ihr sowas hinkriegt, dass hier noch ein kleines Bildchen von euch ist auf eurer Website. So, jetzt wird es einen zweiten Teil geben, wie ich SEO hierfür einrichte, für diese Website. Und wie ich vor allen Dingen die Website bei den Google Analytics einreiche. Wie ich die Website tagge, wie ich zum Beispiel tracken kann, wie viele Leute hier am Tag draufklicken. Dass ich das in Analytics sehe, ob die Leute davon männlich sind, sage ich mal. Das kann ich dann aufteilen. Männlich, weiblich, wie alt sie sind, die hier klicken und so weiter. Man kann wirklich Strategien erstellen, was man alles messen möchte. Und ich zeige euch, wie man die in der Webmaster-Konsole registriert, diese Seite hier. Wie man sie bei Google sozusagen einreicht, wie man eine Sitemap erstellt und viel mehr. Dafür müsst ihr euch aber hier auf finanzen.beraterdemo.de einfinden. Ihr habt ja gesehen, ich habe Hosting für drei Jahre heute gekauft. Die Seite hier wird also die nächsten drei Jahre nicht so schnell verschwinden. Und dann könnt ihr euch hier eintragen und den zweiten Teil anfordern. Alles klar, bis dann. Gebt dem Video hier einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unbedingt meinen YouTube-Kanal, weil sonst verpasst ihr übelste Online-Marketing-News und coole Sachen. Guckt auch auf Facebook vorbei. Da heiße ich Malte Helmholt. Mein Kollege heißt Jonas Schindler, der hat auch YouTube-Videos. Die Berater habe ich euch heute schon oft genug gezeigt. Und ich freue mich super, wenn ihr Kontakt aufnehmt, auch über LinkedIn, Xing und so. Alles kein Problem. Bis dann. Euer Malte.